Ähm, ja, lass Quiz-Duell machen, oder? Ja, ich hab Bock. Hätten wir um 21 Uhr schon gemacht, Leute, bestimmt. Ähm, aber Twitch war kaputt. Glaube ich. Ich weiß nicht, warum Berucki nicht um 21 Uhr konnte. Ich konnte, ich, ich, ich war trainieren. Ah. Uh. Gehst du um 21 Uhr trainieren? Berucki. Zeig auch nicht. Genau, wir spielen Quiz-Duell, Jetpack-Kurses gegeneinander. Ähm, immer so ungefähr zwei bis fünf Minuten. Wir haben meistens eine Richtigkeit gekriegt. Diesmal zwei Punkte. Der zweite kriegt, äh, einen Punkt, dritte kriegt nix. Bei Unentschieden. Ist ein bisschen anders. Erkläre ich jetzt aber nicht. Äh, und am Ende gewinnt Philipp. Ja. Ja, mal gucken. So, erstes, äh, Quiz, Leute, ist, ähm, größte deutsche Städte nach Bundesland. Müssten wir eigentlich mittlerweile alle haben, weil ich glaube, das hatten wir schon mal in einer ähnlichen, in einer ähnlichen Ausführung. Nicht in derselben, aber in der ähnlichen. Okay, dann mute ich gleich. Wir gehen rein, wir gehen rein. Chat, ich muss direkt zugeben, ich bin einfach in Bundesländern einfach nicht gut, okay? Das ist auch immer schon so eine Bildungslücke gewesen von mir, aber es ist okay. Geht einfach mal rein. Ich muss ja nicht mal draufklicken. Okay, das macht's halt. Das macht's halt. Das ist ein Witz dann. So, München, Regensburg ist nicht mal dabei. Okay, äh, Nürnberg ist dabei. Und Passau wahrscheinlich? Nee, Passau ist es auch nicht. Erstmal egal. Dann haben wir Stuttgart und Frankfurt. Naja, das sind ja aber sechs Minuten. Leipzig und Dresden. Und Dortmund und Düsseldorf und Duisburg. Ist nicht dabei, schade. Ja, dann haben wir Köln. Und dann haben wir Schwerin, Saarbrücken, Xanten. Schreiben wir immer wieder auf. Ähm, Hannover ist irgendwo und Wolfsburg wahrscheinlich. Ey, Wolfsburg ist nicht dabei! Krise. Erfurt, Kiel, Hamburg und Bremen. Bremen hab ich schon, oder? Oh ja, da oben. Bremer, Hafen, Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe. Freiburg nicht, aber noch weiter. Hannover, Braunschweig, Göttingen, Leipzig, Dresden, München, Nürnberg, Düsseldorf, Köln, Essen, Dortmund, Magdeburg. Magdeburg nicht, in Sachsen-Anhalt. Äh, Hessen, Frankfurt, Wiesbaden, Äh, Erfurt. Was haben wir noch? Kiel, Hamburg, äh, Bremen, Berlin können wir noch machen hier. Bremerhaven, Otsdam. Warum steht denn hier nicht Dings? Brandenburg nicht drüber. Brandenburg. Achso, weil es ein Dings ist. Eine Stadt da drin. Ja, habe ich Logik gemacht hier. So, wo ist Black Mode hier? Wo ist ja, Dunkelmodus? Ich finde es nicht. Wo kann man jetzt hier Dark Mode einstellen? Wollen wir jetzt hier starten? Da komm, ich starte eh, dann müssen wir noch nicht so lange warten. Aua. Ist das nicht Würzburg? Ist das nicht Würzburg? Breiburg hat vielleicht viele? Nein. Oh, Leute. Na hallo. Äh, 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 äh. Was ist denn in Meckprom? Größer als Schwerin? Bist du dumm? Kenne ich gar nicht aus. Kenne ich mich gar nicht aus. Hölln haben wir. Mannheim, Ludwigshafen, den RP, FCK. Ludwigshafen ist auch alles so naheinander, ne? Mainz. Juh, ich bin ja immer so raus. Hannover haben wir. Leipzig, Dresden. Was ist drittgrößter in Sachsen? Bist du schon wieder verloren? Ehrlich. Potsdam. Was ist denn Bayern? Nürnberg. Regensburg hatte ich. Passau hatte ich. Nürnberg. Bayreuth? Äh, 300.000 ist ja. Quatsch. Wiesbaden fehlt natürlich noch. Erfurt hab ich schon, oder? Junge, ich bin, ich hab keinen Überblick mehr. Ja, holt Philipp eh. Ich raffe auch nicht, warum ich immer die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt vergesse. Immer. Weil ich dumm bin. Okay, Sachsen-Anhalt. Äh, Hamburg. Rheinland-Pfalz. Bayern. Niedersachsen. Was ist denn noch groß in Niedersachsen? Pein ist es nicht. Wolfenbüttel. Salzgitter vielleicht? Helmstedt? Auch nicht. Goslar. Boah, was gibt's denn noch, Alter? Oldenburg? Ja, Oldenburg. Nice. Okay. Ähm, München. Was haben wir in München noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Stuttgart, Baden-Württemberg. Das waren die Fußballclubs, einfach durchgehen. Dortmund, Gelsenkirchen. Brauchen wir nichts mehr. Leipzig haben wir. Dresden habe ich. Rostock. Ja, Rostock stark. Haben wir denn noch so? Ich brauche noch, Sachsen, Alter habe ich noch gar nicht. Was ist denn die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt, Alter? Boah, nicht so stark, ey. Da bin ich gerade ein bisschen am Slacken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, Leute, große Städte, gar keine Ahnung von, ne? Aber auch kleine nicht. Die sind gerade wirklich nicht, Leute. I'm a bit lost. Was will ich denn sonst noch noch nehmen? Die Bundesländer, die so cool sind, die habe ich jetzt, ne? Äh, keine Ahnung, Zelle, München, Nürnberg, Bamberg, Gera, noch ein Frankfurt, Rostock, Gießen, Heidelberg, Flensburg, ja. Was ist noch? Schleswig-Holstein, krass, 217.000, Lübeck, jawohl. Baden-Württemberg, was haben wir denn da noch? 309.000, ist ja auch nicht wenig, ne? Freiburg hat nicht so viele. Boah, scheiße, ey. Ich bin noch, ich bin noch aufs Lecken. Sachsen-Anhalt habe ich noch gar nichts. Was hat denn Sachsen-Anhalt? Magdeburg, habe ich schon, bei Magdeburg hatte ich doch schon eingegeben, das hat doch schon nicht gezogen. Magdeburg ist nicht die größte Stadt. Was ist denn noch größer als Magdeburg in Sachsen-Anhalt? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich gebe einfach ein paar, Kassel, oh geil, Weimar, Göttingen hatte ich schon, Das ist, Niedersachsen ist auch schon fertig. Geh nochmal Fußballclubs durch. Hannover habe ich, Jena vielleicht. Oh ja, Thüringen hat noch Jena. Vechter, Oldenburg, das sind alles Sachen, die, Cottbus, jawohl, Cottbus noch in Brandenburg, geil. Chemnitz, jawohl, Schwerin, Mecklenburg, jawohl, okay, Baden-Württemberg, was gibt es denn noch groß in Baden-Württemberg? 309, das ist ja auch nicht wenig, ne? Und Sachsen-Anhalt, dass ich die größte Stadt da nicht kenne und Rheinland-Pfalz habe ich gar nichts. Ist denn in Rheinland-Pfalz, was geht da ab? Dresden, Leipzig und, was ist denn noch da? Was gibt es denn noch im Osten? Und Baden-Württemberg, da muss mir doch auch noch mehr einfallen, oder nicht? Safe. Ulm ist Bayern, ne? Mhm, 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 ist das nicht auch eine Stadt? Ja. Ganz im Ernst, Baden-Württemberg ist für mich Stuttgart. Ist für mich Stuttgart. Was ist denn sonst noch da? Magdeburg, Junge, jedes Mal, jedes Mal. Ich habe Braunschweig vergessen. Kriege einen Einlauf gleich. Kriege einen richtigen Einlauf. Karlsruhe, Augsburg, ja. Kassel, Koblenz. Ja, ist eigentlich so free, ne? Ist eigentlich so free. Ich vergesse Magdeburg immer, Chat, immer. Ich vergesse, dass es existiert, okay? Und ich wusste nicht, dass es in Brandenburg eine Stadt gibt, die Brandenburg heißt. Ist das Allgemeinwissen? Nie gehört. Ist okay. Ist nicht schlimm, ist auch nicht gut. Ich habe nicht mal die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfels gerade im Kopf. Ach, Mainz, natürlich. Oh Gott, das ist schlecht. Also Mainz hätte ich noch wissen müssen. Augsburg hätte auch noch wissen müssen. Die anderen sind okay, dass man die wohl nicht weiß, würde ich sagen, ne? Ist okay, aber ich glaube, ich gewinne nicht. Ich glaube, Lesk hat mehr. Keine Ahnung. Komm, zeig es mir einfach. Oldenburg gehört zu den größten. Chemnitz, natürlich. Karlsruhe, na klar. Lübeck hätte ich noch wissen können. Flensburg, vielleicht. Dessau, Roslau noch nie gehört. Wie lief es bei dir, Lesk? Philipp, ich habe Braunschweig vergessen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es tut mir leid. Ich mache zuerst, Leute, weil ich einfach sehr schlecht bin. Ich habe, ich habe, ich habe, hm, 26. Ist doch nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja, bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich mir mit 27 noch den Punkt geholt habe. Oh, geil, da bin ich sogar Gewinner. Ich habe 32. Jetzt im Chat wird es gesagt, ne? Ich bin nicht drauf gekommen, dass Brandenburg nicht drin stand, weil Brandenburg selber ein Anfall ist. da bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe das nicht gehofft. Hä, warum steht der Brandenburg nicht dran? Weil es bei Hamburg und so auch so war. Oh, Pokémon fusioniert wieder. Oh Gott. Aber Gen 2 diesmal. Ja, kann ich vergessen. Ich kenne nur Gen 1. Das wird, da bin ich auch. Ja, mal gucken, vielleicht kennen die ein bisschen was. Wir gehen rein. Feuerriegel und, ja, da fehlt mir das andere direkt. Ampharos und Pipi? Ne. Okay. Mogelbaum, Mogelbaum und, boah, ne, mir fehlen da einfach Azumerel. Ein bisschen was werde ich hinkriegen. Funpi und Miltank, Funpi, ich weiß nicht, wie man es schreibt. Skippen wir erstmal, Raikou und, Skorgler. Dann haben wir Hundemon und, Ursaring, sich hier, Kani, Marni und, Volklam oder so. Ja, ich weiß bei zu vielen Sachen einfach nicht mehr, wie die heißen. Despota und, fuck, wie hieß denn das? Wo innen genau und, Huthut. Wie heißt das fies? Ja, das wird nichts. Also, ich bin legend raus. Das ist hier, Feurigel und, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich werde nicht einen haben. Das hier ist, glaube ich, Starlos, Mogelbaum, das ist, glaube ich, Kanimani mit, wie hieß das Schaf, Alter? Irgendwas mit Wolle oder so? Ja, ne, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich werde nicht einen haben. Ich kenne halt die paar Pokémon, das ist Fleckmon, aber ich, also, nie die Kombination. Also, ich kenne die Namen nicht. Das hier ist, ich kenne ein paar Namen. Das hier ist, glaube ich, Miltang. Und dann hat es auf. Das hier ist, wie würde ich diese Pokémon nennen? Weiß ich nicht. Das hier ist Hundemon. Oh, das weiß ich, glaube ich. Hundemon und Ursaring. Junge, ich bin so gut, ich bin so cracked. Ich kenne nämlich ein paar, ich habe das gespielt, glaube ich. Das hier ist diese Blattentwicklung mit Cyanab. Cyanab und Endivir oder so? Nein, Endivir, nein. Mann, was ist das? Das ist, das ist doch, das ist doch, ist das nicht Volto-Lamm mit Kani? Kani-Mani? Hop, Spross und, äh, Starlos. Sehr gut, das haben wir. Gira, Farik und Ploppfisch, Ploppfisch. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Lampi und Pixi, Pipi. Das ist doch, wie ist denn das? Funpi und Milktank? Milktank und Funpi? Ne, das heißt doch Mil-Tang. Mil-Tank und Funpi. Ah, mit Y, ja klar, es ist immer Y. Und das hier, das ist diese kleine Blume, ne? Das ist Jan Mato, glaube ich, also die Libelle, aber ich weiß halt nicht, wie das hier heißt. Dieses gelb-rote. Kani-Mani und Volto-Lamm oder, oder so. Weiterentwicklung heißt Ampharos. Wati? Wati? Keine Ahnung. Heißt das nicht Volto-Lamm oder so, so ein Kram? Das hier ist Elekid und ähm, Quiekel. Quiekel, ne, die Weiterentwicklung heißt irgendwie Mammutel oder, ne, das ist noch mal ein zweiter, oder? Wer ist er eigentlich, Chad? Komplett cursed, der Bruder. Dem geht's gar nicht gut. Wie ist denn das Schaf? Kani-Mani-Wolli. Wolli. Wollschaf. Keine Ahnung. Ist das Starlos und Ditto? Ditto-Onyx? Starlos? Ne, Ditto ist ja auch Gen 1. Das sind, glaube ich, wirklich nur Gen 2 Pokémon, oder? Weil ich das hier richtig sehe. Ja, Chad. Das ist enttäuschend, aber ich hab letztendlich keinen Plan. Wie schreibt man die Scheiße denn? Ich glaube, das ist so ein Volt, es gibt so ein Wollschaf und ich glaube, das hieß Volt, Volt-Lamm. 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 Ich glaube, Volt-Lamm. Und dann Kani-Mani oder Kani-Mani. Kani-Mani. Mann! Das hier ist Mogelbaum mit Mogelbaum und dann sowas wie Chanera oder so. Chanera? Ne, ne, gibt's nicht, ne? Mogelbaum hab ich auf jeden Fall und dann? Ich glaube, ich bin halt hier mit, du bist mit, wenn du drei hast, hast du gewonnen. Irgendein hässlich ne Hasen. Auf jeden Fall. Aber was für hässliche Hasen gab's da? Das ist ne Eule. Hut-Hut? Oh, das könnte Hut-Hut und Obring genau sein, oder nicht? Geil, Sau, Mann. Ich weiß nicht, wie der Biber heißt. Bibor? Ne, das Bibor ist die Hummel, ne? Was schau ich gerade an? Das ist, glaube ich, so ein Kugelfisch mit einer Giraffe gepaart. Das hier ist Elekid, Elekid mit einem Bison. Nozip. Ne. War ein Versuch wert. Das hier ist ein Stahlos, vielleicht, mit einem Ditto? Also das erste heißt Quiekel, glaube ich, das Schweinchen, Frostschweinchen, Eisschwein. Und Quiekel wird zu Grunzel. Ne, kann's denn sein? Heißt das nicht Mammutell oder ist das die dritte Entwicklung, die dann ganz spät dazugekommen ist? Das hier Megani und Psiana. Loreblood und, pass auf, Psiana und Loreblood. Loreblood. Es ist, es ist auf jeden Fall Psiana. Loreblood, Megani. Ey, das kann nicht sein. Das ist doch ein Loreblood. Loreblood. Jetzt, eine kleine Blume und Flagmon, nicht Flagmon, sondern hier Lasho King oder so. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Blume hieß. Wohin genau und Hut, Hut, Ampharos und Hob, Spross. Warte, hieß es Blubella? Pass auf, Lasho King und Blubella, Ampharos und Hob, Spross. Das ist, das, das ist natürlich ein Legendary Pokémon, aber was ist dazu drunter? Keine Ahnung. Das sind da diese, das könnte auch so, was ist denn mit, 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 Ampharos und Pixie oder so ein Shit, ist das oder nein? Diese Dinger, diese Dinger sind auch immer so Feenwesen und dieses große Ding war glaube ich Ampharos und ich glaube ich ist die letzte Entwicklung von dem Arf. Also ich bin ruhig. Das könnte ein Feu-Riegel sein mit, wie heißt so ein, wie heißt der Frosch mit den, mit den, mit den, das wäre glaube ich ein Frosch. Und das ist doch nicht Second, Second Evolution, oder? Das ist doch hier Flagmon und Dupflor. Weiß ich nicht, Leute. Bin ich zu, zu hart raus. Mir sind ein paar Namen eingefallen, die Einzelnamen sind mir eingefallen. Aber das kann ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, woher was kommen sollte noch. Bin so eh schon schlecht mit Namen und mit Namen der zweiten Edition aus Pokémon kann ich gar nichts anfangen. So hier so, wenn die anders kombiniert worden wären, wenn Huthut mit Feu-Riegel zum Beispiel zusammengepackt worden wäre, kriege ich das vielleicht noch hin. Aber der Rest ist so. Ja komm, aufgeben. Felino, Feu-Riegel, Celebi, Potrott, Huthut, ja gut, keine Ahnung. Ampharos und Pi, Azumerell, Blubella, ne, da wäre ich, ne, Chat, sorry. Ist er noch mit zu raten? Ja, ich habe während der Runden den Chat aus. 2-10, Kutscher, ich habe alles gewusst. Chaos, such dir Hilfe. Oh, Pi. Ups. Oh, es ist Celebi und Potrott. Felino und Feu-Riegel, kann ich mal einen Voltilamm, nicht Voltolamm. Keifel, ja, Keifel wäre ich nie drauf gekommen. Despotan Visor, Hytera und Lampi, Baldur-Fisch und Giraffa. Ja, war okay, war okay. Ist lange her. Ist wirklich lange her. Celebi und Potrott, Felino und Feu-Riegel, Azumerell und Morrellbaum. Okay. Ich habe kein einziges. Holy shit, okay. Ja, da würde ich mehr. Ich glaube, ich war gut. Warum bist du denn gut in Gen 2 Pokémon? Also, ich glaube einfach, dass keiner von uns gespielt hat. Ich habe gespielt. Das war glaube ich, die, die ich am meisten gespielt habe. Ja. Gen 2 war auch die, die am meisten gespielt habe damals. Wie viel hast du denn? Ich habe 8. Was? Ja, gut, ich habe 2. Ich war mir schon da, jetzt Brück gesagt hat, er ist gut. Ich habe gesagt, Brücki hat auch 0. Nein, ich dachte halt so, also, ich dachte 2 wäre halt übel krass. Wen hast du? Ich habe Hundemon und Ursaring und Huthut und Wohin genau. Okay, Huthut, Wohin genau habe ich gesagt, dass das wahrscheinlich der einfachste ist. Aber den habe ich auch nicht. Ich wüsste nicht, wie man Huthut schreibt. wir machen weiter mit, nennen sie ein gültiges europäisches Land. Ein gültiges? Ja, da ist immer so eine Frage, so Land das an, bababa, und dann muss man, oh Gott, gültiges Land, das an, Russland grenzt, Ukraine, Alpen liegt, Schweiz, erster Eurovision Song Contest, Spanien, nee, äh, Deutschland, mehr als ein Wort enthält, do, äh, hier, äh, demokratische Republik, Kongo, ja, dann, dann scheiß drauf. Äh, Inselstaat ist, Zypern, jetzt kriege ich aber, Krise, äh, Haiti, Holen, Schweiz, Deutschland wahrscheinlich, mehr als ein Wort enthält, Deutschland, mehr als ein Wort erhält, Vereinigte Staaten von Amerika, USA, hä? Ja, warum machen wir es mal weiter, weniger als 10.000 Menschen hat, Monaco, Vatikan, achso, ich muss eingeben, ein Inselstaat ist, zählt Australien als Inselstaat? Wahrscheinlich nicht, Großbritannien, äh, von der Donau durchflossen wird, Deutschland, eine durchschnittliche Höhe unter, was zum Fick, eine Lebenserwartung unter 75 Jahren hat, Zimbabwe, glaubt man das nicht so, Südafrika, Afrika haben die doch bestimmt, hohe Lebenserwartungen, an der Russland Grenz, äh, Finnland, in den Alpen liegt, Österreich, am 1. Jürgen Schansson, das hat teilgenommen, Italien, safe, mehr als ein Wort enthält, europäische Länder, nee, Länder, ne, oh, doch, europäisches Land, San Marino, ein Inselstaat ist, Zypern, zählt das? Nein, Island, weniger als 1.000, 100.000 Menschen hat, Island, nein, San Marino, danke schön, ein Linder, unter 75 Jahren hat, gehen wir kurz weiter, pass auf, äh, unter 100.000 Menschen, Liechtenstein, Lebenserwartung, unter 75 Jahren hat, äh, keine Ahnung, Ghana, unter 75 Jahren, okay, gehen wir erstmal weiter, von der Donau durchflossen wird, naja, Deutschland, durchschnittliche Höhe, unter 100 Meter hat, Niederlande, nicht in der Europäischen Union ist, Türkei, ey, da gehört übel viel dazu, ach, ein europäisches Land, ich bin ja, ach mein Gott, bin ja, äh, komplett, komplett doomed, weiß, ein K in seinem Namen enthält, keine, kein Rot in seiner Nationalflagge besitzt, äh, Griechenland, nach 2000 Euro, Eurozone, auch Griechenland, oder? Ich muss mich beeilen, wartet mal, Schweiz, Kahn, Kolumbien, hä, Kanada, hä, ach so, ein europäisches Land, ich bin ja so dumm, jetzt habe ich es erst gesehen, nach der 2000 der Eurozone, übergetreten ist, Schweiz, äh, Schweiz ist nicht, nicht in der NATO ist Schweiz, wir haben schon mit vier Buchstaben besitzt, Schweiz, zu mehr als vier Hälften im Wald ist Schweiz, schade, Französisch als Anfragert, ohne Frankreich, Luxemburg, mehr als ein Wort enthält, ähm, haben wir denn, Österreich, das ist auch nur ein Wort, leider, ne? Wow, what? Unter 75 Jahren, Polen, Slowakei, Ungarn, Finnland, Spanien, okay, von der Donau durchflossen wird, Polen, was? Polen nicht? Unter 100 Meter hat, Niederlande, wie heißt denn, die Europäische Union ist, England, Britannien, Großbritannien, ein K, in einem Namen enthält, äh, Kiko K, 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 Bistum, Internetanteil von mindestens 97,5, Dänemark, oh ne, das muss irgendwas Kleines sein, ne? Auch Schweiz? Ne, Monaco, ach, kein Internetuseranteil von mindestens, mehr als der Hälfte bewaldet ist, Finnland, Französisch als Amtssprache, Belgien, mehr als ein Wort, europäisches Land, warum bin ich so lost gerade? Warte, ich kann ja mal hier gucken, oder? Ja, das steht ja auch gar nichts, ah, Bosnien und, Herzegowina, Vereinigtes Königreich, ups, ja, Inselstadt, San Marino, nee, San Marino ist nicht, in Italien oder nicht, Inselstadt, ähm, Alter, Lebenserwartung von unter 75, Island, Niederlande, äh, Serbien, Ungarn, was ist hier los? Inter, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, was zum Fick? Monaco, San Marino, oh, das können wir für das hier nehmen, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, jawohl, durchschnittlich höher unter 100 Meter, Schweiz, äh, Niederlande, Schweiz vor allem, ein K, können wir hier nicht, Kroatien, man kann ja einfach cheaten hier, zählt Ungarn? Nein, zählt, Tschechien, fuck, kein, ja, da nach dem Ros oder nicht, komm, San Marino, ist cheating, nach der 2000 Euro, nach der, nach 200 Euro Zone beigetreten ist, oh, nee, Polen wahrscheinlich nicht, ne, gib mir doch was, fuck off, ein Interviewsanteil, ein Interviewsanteil von mindestens 15, hat Deutschland, äh, Frankreich, Irland, nicht in der NATO ist, Schweden, Hauptschluss mit vier Buchstaben besitzt, die Schweiz, zu mehr als die Hälfte waldet ist, muss man Deutschland sein, äh, Polen, nein, er hat dann noch Wälder, wenn wir das Amtsschwache ohne Frankreich, in Europa, scheiße Junge, wo gamble ich jetzt hier nochmal rein? Auch Malta, scheiße, äh, Malta, ah man, ich hab zu spät gerafft, dass ich einfach hier nachgucken kann, ah, ah, nicht in der NATO, ja, Finnland, Bosnien, Andorra, da hat's genug gegeben, ne, Schweden, was ist der Name, Großbritannien, ach man, ich hab, ich hab viel zu viel Zeit gewastet, scheiße, Norwegen hab ich doch eingegeben, oder nicht? Oder bin ich direkt Schweden, hä? Hä? Ich hab viel zu spät gerefft, dass man in europäische Länder geht, hast du dich bei Norwegen vertippt? Oh, nee, Bulgarien, Lettland, die hab ich alle vergessen, tatsächlich. Bulgarien, Lettland, ein Kahn, dann nach Dänemark, Frankreich, natürlich, Kosovo, klar, okay, okay, okay. Ja, ich glaub, hier ist, das ist, glaub ich, ein Killer, ich glaub, das weiß man nicht. Ah, klar, Schweden, Finnland, ich hab auch Norwegen gedacht, so, okay. Persönliche Amtssprache hat, ohne Frankreich, Belgien, yo, 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 war nicht schuld von mir, war nicht schuld von mir. Hier unterscheiden sich, äh, die schlauen Menschen von den nicht so schlauen. Man sollte auch relativ früh merken, dass es um europäische Länder geht, also das ist ein großer Vorteil. das Problem hab ich auch gehabt, und dann hab ich das Problem gehabt, dass ich nicht drauf gekommen bin, dass ich einfach in den Listen nachgucken kann, nach Antworten für die anderen sagen. Gut, dann bin ich wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn ihr da so gestruggelt habt. Ich hab 13. Okay. Okay. Es gab 14. Philipp, ich hab 15. Ich hab auch 15. Shit. Ah. Aber nur, weil ich morgen falsch geschrieben hab. Nächstes, ja, okay, nächstes Quiz ist, alle Valorant Agents. Ja, jetzt bin ich raus. Ah, ja, gut, okay, die neun sind halt. Die neun kennen ich, ich hab auch schon lange keinen Valorant mehr gespielt, tatsächlich. Wir gehen hier rein, alle Valorant Agents. Linda, Hilfe. Rayna. Raze, Cypher, Phoenix, Sky, äh, Yoru, Roman, Kao, Timid, äh, Äh, Breach und Brimston, Jet, ich werd, ich werd nicht alle hinkriegen, nicht mal ansatzweise. Äh, Brimstone, Jet, Rays, Rayna, ja, Neon. Wie viele gibt es denn überhaupt krank? Ja, ich bin da raus, ich hab keine Ahnung, Jet, wirklich nicht. Okay, jetzt hört schon wieder auf, ne? Rayna, Silver, Brimstone, Sage, Jet, Phoenix, Gecko, Fade, Kill, Yoi, Omen, hatte ich schon, Sage natürlich. Fuck, wie heißt denn der Wassertyp, gleich nochmal? Okay, go, und dann gibt es hier Dead, Dead Hand, ne, Dead Reach, heißt der denn nochmal? Irgendwas mit Reach, Dead Face, wie heißt die nochmal, die neue? Mann, scheiße, Dead Lock, Dead Lock, Dead Lock, Dead Lock, oh mein Gott, Dead Hand, Dead Reach, Dead Face. Okay, Phoenix haben wir, äh, Neon, Initiator, Controller, Controller und Controller, mir fehlen die ganzen Controller, und Controller sind ja Smokes und so ein Kram, ne? Der ist der scheiß Hanzo-Typ, den im Brück immer spielt. Der heißt nicht Hanzo, wie heißt der? Killjoy kenne ich noch? Ich hab keine Ahnung, was für Valorant Agents denn bitte? Wer ist dieser Wassertyp? Ah, hier war das, Sova ist der von Brüche, glaube ich, Sova. Wie hieß der, wie hieß der Feuertyp? Phoenix, oder? Äh, Sage gibt's noch? Gibt's nicht auch Dead Lock oder sowas? Jawohl, den hab ich, der ist relativ neu. Wie hieß dieser Wassertyp? Harbour, Harbour, jawohl, okay, we're getting there. Es gab Brimstone und dann gab's den anderen Typen noch Flash. Ja, aber ich kann Namen nicht, Leute, das ist mein Problem. Die Australierin, zum Beispiel. Wie heißt die denn? Astra gibt's auf jeden Fall. Viper? Boah, ich hab das Spiel wirklich viel gespielt, aber Breach? Die hat so einen ganzen Vogelstall halt. Der Schatten, Shadow, Shadow Guy, Darkness, was weiß ich. Es gibt doch 22 einfach. Chamber, Killjoy natürlich, Bots, nee, wie heißt denn der noch? Robot? Nee. Junge, äh, ich hab doch so viel gezockt. Äh, Harbour ist ein Controller und, äh, Astra, Initiator. Initiator sind ja so, Flashes sind so, ne? Flashes und Stunts. Und ein Controller. Ich hab zwei Minuten. Wer fehlt mir denn da? Initiator und Controller. Äh, Sky hab ich, K.O. hab ich, Brimstone, Breach, Phoenix. Hä? Wie komm ich denn da jetzt nicht drauf? Controller, Astra, Sky, Harbour. Ey, ich komm auf die letzten zwei nicht. Ist ja Krise. Cypher hab ich. Sova, klar. Sova, Arrows und so ein Kram. Der letzte Controller, der wird mir nicht mehr einfallen. Aber was war das, was war das nochmal? Flashes durch die Wand. Stunts. Wie hieß der Typ mit diesem Teleport-Switch? Den gibt's auch noch. Jet hab ich. Killjoy hab ich. Wenn du Velocity spielst, ist das so einfach alles, glaub ich. Neon hab ich. Hier, wie hieß, es gibt noch diese, mit den, mit den Tieren, dann diesen Teleport-Typen. Komm, einen will ich noch haben. Wie ist denn die mit den Tieren? Dann gab's diesen Robotypen und diesen komischen Typen, der so durch Walls flashen kann mit so einem Robo-Arm. Scheiße, Mann. Mann, ich krieg nicht mehr. Chat, das ist doch scheiße, das Quiz. Ne, das war's, Chat. T51. Ne, Kajo. Genau. Kajo und dann die mit den Vögeln und den Wölfen rumrennt und hielt die Australierin, die da arbeitet. Ciri, aber ein Anders. Omen. Ja! Und jetzt noch die Letzte. Die Letzte. Die Letzte. Wie ist die Letzte? Wie ist die Letzte? Wie heißt die mit den Vögeln? Fuck, mir fällt da, der Race habe ich, mir fällt da letzte Controller ein, wenn ich da investiere. Viper. Ach Gott. Boah. Fade. Sky. Astra. Ah, yo, Omen. Oh, Kajo, das war dieser Robo. Chamber, Breach, Yoru, Cypher kenne ich gar nicht. Cypher, Echo, aber der andere Echo. Sky! Natürlich, Race, Yoru, ja, Deadlock haben wir noch nie gehört, Gecko, keine Ahnung, Fate und Harbor, die neuesten habe ich vergessen, aber Race und Sky muss ich auf jeden Fall wissen und Yoru wollte ich auch gerade schreiben, aber halt Echo. Spaßiges Quiz. Dachte, ich kriege alle, aber ich habe nicht alle. Ja, ich fange an, ich habe nur elf. Oh, wild. Breach, ich ziehe direkt Flaster ab, ich habe nur Viper vergessen, ich habe 21. Ja, okay, es ist direkt ein Flaster, ich habe aber auch einfach nichts gewusst, also ich habe 5 Cent. Wann hast du dir denn Politik gewünscht, Brucki? Und warum? Letztes Mal. Geschichte und Politik wollen wir haben. Genau. Wann bei Politik und Geschichte sagt, kann man sich nur blamieren? Da kann man sich nur blamieren. Ja, da kann man sich wirklich nur blamieren. aber es ist fein, also ich blamiere mich lieber, als hätte ich mich anders blamieren. Ich blamiere mich sowieso, weißt du? Ja, aber so kann man sich halt blamieren, indem man sagt, ja gut, das ist so Wissen, das muss man nicht haben, aber das ist so Wissen, da sagt jeder scheiß Twitch-End-User, der dann gerade mit seinen fettigen Fingern von der Schüpfflüte zu Hause sitzt, das muss man doch wissen, wer der dritte Bundespräsident Deutschlands war. Ja, ey, Politik habe ich schon mal gesagt, ist einfach nicht meins, okay? Ab und zu gucke ich mir Best of Bundestag an, aber ich, ne, und ich gehe auch wählen, tatsächlich, aber es gibt da, das, ja, das wird Katastrophe, ich sage sie jetzt schon. So, wo befand sich der Bundestag, sitzt Bundestags vor dem Umzug nach Berlin? Ey, so, fängt an mit, ich habe keinen Plan, ich gehe einfach mal von Bonn aus. Äh, Amtszeit eines Bundespräsidenten, einer Bundespräsidentin, eine Wahlperiode, drei Jahre, sechs Jahre, 14 Monate, ey, ich sage immer sechs Jahre, ich habe keinen Plan. Wer kein Abgeordneter, im Deutschen Bundestag werden? Jeder, der in Deutschland lebt, jeder, der Deutsch spricht, jeder, der viele Freunde hat, was ist das denn? Jeder, der 18 Jahre alt, ein Deutscher, ja, ich würde mal 18 Jahre deutsche Staatsangehörigkeit ausgehen. Wann ist der Deutsche Bundestag beschlussfähig? Wenn das Präsidium anwesend ist, wenn andere Mitglieder im Sitzungssaal anwesend sind, wenn der älteste Rat die Beschlussfähigkeit feststellt, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder im Sitzungssaal anwesend ist. Das Präsidium anwesend ist, oder? Mehr als Hälfte, der sieht nicht immer halbvoll aus. Oh, shit. Euer Politikwissen, Abfahrt. Ich blamiere mich jetzt. Wo befand sich der Sitz des Bundestags von dem Umzug nach Berlin? Bonn. Wer kann Abgeordneter im Deutschen Bundestag werden? Jeder, der 18 Jahre alt in der deutschen Staatsangehörigkeit ist. Jeder, der viele Freunde hat. Bundestagsquiz. Wo befand sich der Sitz des Bundestags von dem Umzug nach Berlin? Ich würde einfach sagen Bonn. Vielleicht das ja war anders. Aber eigentlich nicht, oder? Das ist safe Bonn. Dann dauert die Amtszeit eines Bundestagspräsidenten einer Bundestagspräsidentin. Eine Wahlperiode. Wer kann Abgeordneter im Deutschen Bundestag werden? Jeder, der in Deutschland lebt, der Deutsch spricht. Jeder, der 18 Jahre alt in deutscher Staatsangehörigkeit. Ich glaube, das. Viele Freunde hat das eine gute Antwort. Wann ist der Bundestag beschlussfähig? Wenn das Präsidium anwesend ist? Wenn alle Mitglieder im Sitzungsamt anwesend sind? Wenn der mehr als die Hälfte der im Sitzungsamt anwesend wird? Wenn der Ältestenrat die Beschlussfähigkeit feststellt? Ich glaube, wenn das Präsidium anwesend ist. I guess, würde ich sagen, wenn der Ältestenrat die Beschlussfähigkeit feststellt, klingt sehr Bullshit. Alle Mitglieder müssen auch nicht da sein. Und auch die Hälfte der Mitglieder im Deutschen Bundestag an der beruflichen Tätigkeit ausüben. Ja, Abgeordnete dürfen neben dem Mandat arbeiten. Da bin ich mir relativ sicher, dass das erlaubt ist. Wir dürfen neben dem Mandat arbeiten. Nee, oder? Ist davon abhängig, wo hoch der Verdienst ist. Kommt darauf an, welche Arbeit sie nachgehen möchten. Oder nein? Ich würde eins von den beiden nehmen. Ich weiß es gar nicht. Ist die Aufgabe des Parlaments? Gesetzgebung, Wahl des Bundespräsidenten, Kontrolle der Bundesregierung. Gesetzgebung, Wahl des Bundeskanzlers, Kontrolle der Bundesregierung, Bewilligung des Staatshaushaltes. Ja, locken wir ein. Ich muss ein bisschen ranmachen. Oh, das geht ja hier bei einer Minute. Wir gehen durch. Nein, ich sage hier einfach nein. Wie nennt man eine Eingabe mit der Bürgerbeschwerden an den Deutschen Bundestag? Reichen können, Petition. Warum ist die Kuppel nach oben offen? Vögel in die Kuppel fliegen können, Regen durch die Öffnung. Damit der Plenumstrichter die Abluft des Saales nach oben ins Freie. Ja, bestimmt. Die Reinigung der Glaskuppel ist nur mit Hilfe der Öffnung möglich. Safe. Was ist Misstrauensvotum? Ein Abschlussvorsitzender kann abgewählt werden. Bundestag kann den Bundeskanzler entlassen. Die Vorsitzende der Fraktion Systeme jedes Jahr entstanden. Ausschlussvorsitzender können abgewählt werden. Ja, bestimmt. Misstrauensvotum. 20 Sekunden. Beim Hammelsprung, ich klicke einfach das hier an. Ich habe keine Zeit. An welchen Sitzungen nehmen die Abgeordneten neben den Sitzungen im Plenum teil? Gemeinderatssitzungen, Karnevalssitzungen, Vereinssitzungen, Ausschlusssitzungen. Wenn mehr als die Hälfte an der Mitglieder im Sitz zu zahlen, wie sind es, dürfen Abgeordnete neben ihrem Mandat im Deutschen Bundestag eine bundesrufliche Tätigkeit ausüben. Boah, was weiß ich, Alter. Kommt drauf an, I guess? Oder Verdienst? Was sind die Aufgaben des Parlaments? Die Gesetzgebung und Wahl des Bundeskontrollen der Bundesregierung. Wie nennt man eine Eingabe, mit der Bürgerbeschwerden an den Deutschen Bundestag richten können? Alter, ist das peinlich. Keine Ahnung. Bürgerbegehren? Warum ist die Kuppel nach oben offen? Ich wusste nicht mal, dass sie nach oben offen ist. Hä? Was ist das für eine scheiß Frage? So, vielleicht Bundestag kann den Bundeskanzler einlassen. Alter, was ist ein Hammelsprung? Keine Ahnung, habe ich schon gehört. Ey, keine Ahnung. Boah, das ist ja einfach nur Scheiße. Abgeordneten verhandeln wie bei einem Kuhhandel über das... Was für ein Kuhhandel? Abgeordneten klatschen. Nee, hier klatscht nur einer. Das bin ich. Ey, keine Ahnung. Das mit der Kuppel habe ich noch nie gehört. Hammelsprung habe ich gehört, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, was das ist. Es kommt drauf an, welche Arbeit sie nachgehen möchten. Es war davon ab, wie hoch der Verdienst ist. Ich glaube, sie dürfen nicht als alles arbeiten, probably. Ich glaube, ich lasse mal denen da. Was sind die Aufgaben des Parlaments? Gesetzgebung, Wahl des Bundespräsidenten und Kontrolle der Bundesregierung, Wahl des Bundesrats, Kontrolle der Bundespolizei und Belegung des Staatshaushalts, Gesetzgebung, Gesetzgebung, Wahl des Bundeskanzlers, Kontrolle der Bundesregierung und Belegung des Staatshaushalts. Ich glaube, das. Wie nennt man eine Eingabe, mit der Bürger Beschwerden an den Deutschen Bundestag rechnen können? Petitionen, denke ich. Warum ist die Kuppel nach oben offen? Damit viele Kuppel fliegen und Besucher die so füttern können. Den Regen durch die Öffnung fällt, soll die Temperatur in der Kuppel regulieren. Das ist nur mit Höfstwerden der Öffnung möglich. Du bist ins billigreichende Trichter, als würde die Abluft des Saales nach oben ins Freie. Vielleicht das. Was ist das Mittrauensvotum? Ein Ausschussvorsitzender kann abgewählt werden. Der Bundestag kann den Bundeskanzler entlassen. Der Bundespräsident kann durch den Bundestag entlassen werden. Der Vorsitzende einer Fraktion muss sich dem jedes Jahr nicht stellen. Nein. Ein Ausschussvorsitzender kann abgewählt werden. Ein Bundespräsident kann durch den Bundestag entlassen werden. Schwierig, weil der Bundestag den nicht wählt. Was passiert bei einem Hammelssprung? Die Abgeordnete verhandeln wie bei einem Kuhhandel über das Abstimmungsergebnis. Wenn man klatschen, rufen die Stimmen damit für Gesetze. Die Abgeordneten sammeln sich bis zum Plenarsitzender mit einem Bereich. Das weiß ich nicht. An welchen Sitzungen nehmen die Abgeordneten neben den Sitzungen im Plenum teil? Aus Schlusssitzung? Aus Schusssitzung, oder nicht? Oh mein Gott. 6 von 11. Ach du Scheiße. Doch eine Wahlperiode. Ja gut, hier war ich zwischen den beiden. Petition. Ja gut, okay. Oh, okay. Okay, sie dürfen einfach arbeiten. Der Bundestag kann den Bundeskanzler entlassen. Was? Was hat denn die Frage mit der scheiß Kuppel da zu suchen? Verstehe, das war auch so eine Politik. Die Zeit war ein bisschen kurzer, also ich konnte es ja gar nicht richtig durchlesen. Ich habe 6. Ja, ich auch. Okay, dann habe ich noch mehr reingeschossen, ich habe 4. Ich habe 8. Röke die Politik licht. Ich habe 8. Röke die Punkte. Nächste ist Filmposter. Na gut. Gehen wir rein. Bin ich ja mal gespannt. Jaws. Der weiße Hai, Da Vinci Code. Nee, schade. Fällt mir Namen gerade nicht ein. Kommt da wieder. Forrest Gump. Was ist das hier? In Space, no one can hear you scream. Alien. Oben. Die unendliche Geschichte oder so? X, X-Fact, X, nicht X-Factor, ähm, naja, machen wir später. Komm. Butterfly-Effekt. Moth. Keine Ahnung. Das ist eine Motte drauf, ne? Gut, das wird Elvis sein. Und das hier ist Inception. Und das hier ist der Soldat James Ryan. Nee, doch. Ja gut. Black Swan vielleicht. Okay. Und Braveheart haben wir hier. Forrest Gump. Ich muss den Chat mal zumachen. So, Alien. Up. Fuck, was ist das nochmal? Elvis, Inception, der Soldat, James Ryan. Das sind Fifty Shades of Grey vielleicht. Black Swan, Terminator. Oh, was ist das hier? The Big, Sharks, White Shark, Weißer Hai. Boah, was auch immer. Fury Road oder Mad Max. Was weiß ich. Only Up. Eine unendliche Geschichte. Was? Natürlich. Unendliche Geschichte auf dem Drachen Fuchuhr. die unendliche Geschichte. Oh. Elvis. Was ist das nochmal? Time? Nee, Time Stare ist ja. Mann. Dream? Nein. Ach, Namen kann ich nicht, Alter. Ich bin so dumm. Ich kann einfach, ich kann mir keine Namen mehr. Ich bin, mein Mind ist komplett dumm. Dann haben wir hier Arnie mit dem Terminator. Und das hier wird, äh, Zorro sein. Zorro? Nee? Oh, nee, das ist hier, ach, äh, Skimber Quits. Kompletter Quatsch. Ähm, ja. Keine Ahnung. Rosa Parks. Oder so. Kein Plan. Wolverine. Hugh Jackman. Hä? Wolverine, es ist okay, das wird wahrscheinlich X-Men sein, oder? X-Men? Wie ist das denn nicht? Da, Wolverine. Ey, ich krieg zu viel. Ach, hier, Tarantino. Pulp, Fiction. und, äh, Top Gun. Fear can hold you prisoner, hope can set you free. The Dark Knight? Nee. Äh, Versuch. Das hier ist der Revenant. Und, das sagt mir viel. Ach, wie ist es gleich nochmal mit, äh, McLovin? Hier haben wir Mad Max. Sag, Sacrileg. Äh, keine Ahnung, was ist das? Fuck, wie heißt das? Irgendwas? Rorino. Fuck, wie heißt das? Wolverine, schade. Fuck, was war, wie hieß der denn nochmal? Oh mein Gott, das hier ist Gran Torino. Boah, wie hieß der? Oh, mir liegt es auf der scheiß Zunge. Oh. Der hat auch den Oscar für bekommen, oder? Sieht aus wie Mad Max hier, oder sowas. Äh, Superbad habe ich noch nicht eingegeben. Was ist das hier? Shark, der weiße Hai. Jawohl. Boah, auf den muss ich noch kommen. Wie heißt der? Oh Gott, Leute, ich, dass ich den gerade nicht weiß. Tom Hanks in, in Forrest Gump. Mein Mind ist wirklich einfach completely damaged so. Ist das nicht Butterfly Effect? Oder schreibt man den einfach anders? Scheiße. Das ist Leonardo DiCaprio in, was ist das? Safe, Private Ryan? Nein. Man of Honor? Boah, ich bin so sauer. Patriot, das Braveheart, den finde ich, den Film finde ich ganz, ganz toll, muss ich sagen. Braveheart finde ich wirklich einen super Film, ist leider schon sehr alt. Das ist The Black Black Swan, oder? Oder nur Black Swan? Terminator, Green Mile, ist The American Pie oder so? Ich traf gar nichts. Scream. Was soll das sein? Ich kriege Krise. Oh, ähm, der Dude. Ah, fuck, wie hieß denn? Der Film heißt nicht The Dude. The Big, The Big Lebowski. Bowski. Bowski. Guy Fawkes. Ist das nicht Bale? Sieht irgendwie Bale-ig aus, keine Ahnung. Titanic. Schade. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ich Wolverine, ich kriege... Wolverine, also wie kann... Was ist das denn für ein Film? Der X-Man? Boah, ey, was das hier für eine Geschichte sein soll, kriege ich Krise gleich. Zehn Sekunden, kriege ich noch irgendwas? Damit kommt... Fällt es nicht ein! Oh, ich verliere das schon wieder. Das Butterfly-Effekt, keine Ahnung, Mann. Ah, The Revenant. Okay, das war wichtig, dass ich den auch reingekriegt hab. Der Rest, keine Ahnung. Boah, keine Ahnung, Mann. Was ist das denn, Mann? Ist doch Wolverine hier, oder nicht? Wolverine. Wolverinus. Wer heißt der? X-Man oder so? Ist der da nicht auch irgendwie X-Man? Keine Ahnung. Ja, mehr hab ich nicht. Das ist nicht gut, Mann. Das ist nicht gut. Ich bin eher der Serienmensch. Filme ist nicht so meins, leider. Purge-mäßig oder sowas? Ach, schade. American Love Story. Nein. Gran Torino. V. Wie Vendetta. Finde ich auch einen sehr guten Film. Auch sehr, sehr cool. Noch nie gesehen. Boah. Love is in the air. Da, 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 da. Das Wolverine. Hier sind echt ein paar richtig ge... Was? Was? 12 Years Slave? Hä? Das ist das nicht 12 Years Slave? Oder ist es, äh, na, was ist das denn? Äh, ist dieser Film nicht, ist er nicht Prisoners oder so? Nee. Auch ein ganz berühmter Film, ne? Das ist auch nicht, das ist Logan und nicht Wolverine. Das ist Inception? Was weiß ich. Was weiß ich, Leute? Ach, Superbad. Oh mein Gott. Ja, sind alles kreist. Das hier ist schön, das Liste. Oh mein Gott. Ah. The Green Mile, hätte man drauf kommen können, ja. Schweigende Lämmer. What? Ich glaube, ich war okay. Ich glaube, ich war richtig scheiße. Logan. Aha. VW Vendetta. Schweigende Schinders Liste. Ah, kenne ich natürlich, aber ich habe nie das Titel, äh, Poster davon gesehen. Die unendliche Geschichte, kennt man. Schweigende Lämmer, habe ich auch nicht gewusst, dass das das Ding ist. Green Mile. Ich sage mir alle was die... Logan, ja. Pulp Fiction. Ja, gut. Die Verurteilten. Ja, aber es sind ein paar gute Filme dabei auf jeden Fall. Big Lebowski, okay. Der Soldat James Ryan. Okay, ich habe irgendwie das Save Private Ryan, oder so habe ich gesagt, ne. Schweigende Lämmer, okay. American Beauty. Ich war gar nicht so weit weg. Schinders Liste, habe ich das nicht im Kopf tatsächlich. Superbad nie gehört. Der weiße Hai. Manchmal sollte ich es lieber einfach beschreiben. Ah. Ich glaube, ich war okay. Also, okay. Numbertechnisch bin ich doch nicht so gut, wenn ich es so sehe. Aber ich fand mich okay. Ich glaube, ein paar Dinge kann man nicht kennen. Oder wie ist eure Meinung zu, wie ein einziger Tag? Der Help. Hast du das schon mal gehört? Nee, nee. Ich mache zuerst. Ja, dann mach du, ich bin noch schlechter. Ja, nur 18, Brüge. Ich habe 13. Ja, ich habe 16. Oh, okay. Nächstes. Zweithäufigst genutzte Sprache in Ländern. Zweithäufigst? Ja. Scheiße. Da bin ich gespannt. So, Leute, dann könnt ihr euch gerne mitraten hier. Zack. Wir gehen rein, wa? Wir gehen rein. Pass auf, Chad, jetzt gebe ich Englisch ein und das Quiz ist gelöst. Quiz starten. Geben wir direkt mal Englisch ein. Nee. Englisch. Deutsch. Portugiesisch. Okay. Französisch. Ist nur in den beiden. Kanada. Okay, verstehe ich. Brasilien wird Portugiesisch sein und Spanisch. Russisch wird irgendwo dabei sein. In Armenien. Japan. Mandarin. Chinesisch. In Australien. In Australien Chinesisch. Türkisch. 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 In Deutschland. Spanien, keine Ahnung. Griechisch. Oh, ich habe Albanien an wer erraten. Haha. Ja, gut, dann schauen wir mal. In Spanien bestimmt Portugiesisch. Ah. Herr Sommer muss einfach so eingeben. Ist ja richtig dumm. Kann man es auch mehrmals eingeben? Ist ja doof. Ja. Habe ich noch nicht durchgeraten. Ja, was soll man machen? Was wird denn Russland als zweitmeist gesprochen? Polnisch. Man muss einfach, okay. Hä? Wie geht das Ding? Wie geht das Ding? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Englisch? Ist nirgendwo dabei? Okay. Deutsch. Russisch. Englisch. Polnisch. In Großbritannien? Was spricht man als zweitmeist? Ach, Türkisch wahrscheinlich. Okay. No brainer. Bolivien. Argentinisch. Aber es ist doch... In Bolivien sollen die auch einfach, äh, 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 fucking, fucking Portu... Die sollen einfach Spanisch sprechen, die Hurens. Was ist denn hier los? Persisch wird irgendwo dabei sein. Nee. Schade. Großbritannien. Indisch? Nee. Indisch ist gar nicht dabei. Hindi? Hindu? Hindi. China. Ja, vielleicht Japanisch irgendwo? Nee, auch nicht. Koreanisch? Japan? Okay. Cool. Afrikaans? Nee. Flämisch? Flämisch? Nee. Bulgarisch? Russisch? Haben wir schon. Russisch. Russisch. Kann ich ja schreiben. Portugiesisch hatten wir. Französisch hatten wir. Ich kenne halt die meisten Sprachen wahrscheinlich aber gar nicht. Arabisch. Israel. Indien. So, und... Was haben wir denn noch? Suahel. Ja, keine Ahnung. Ich kann einfach nur... Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe einfach keine Ahnung. Argentinien. Denke ich halt automatisch erstmal an... ...Spanisch. Und dann halt an Brasilien. Aber Portugiesisch habe ich schon angegeben. Das ist bei Mozambique mit drin, ne? Englisch ist nicht dabei. Indisch ist nicht dabei. Deutsch. Polnisch. Großbritannien Polnisch. Klar, warum nicht? Französisch. Kroatisch. Rumänisch. Ungarisch. Dann haben wir... Australisch. Ich habe doch keinen Plan. Tschechisch. Finnisch. Deutsch. Keine Ahnung. Was gibt es denn noch? Arabisch habe ich schon. Gölkisch hatte ich auch schon probiert, ne? Polnisch. Ukrainisch. 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 Weitere ich das nicht so? Ukrainisch. Ungarisch. Oha, geil. Kroatisch. Joa. Schwierig. Italienisch. Von mir aus. Mongolisch. Gehen wir alle Länder durch, oder nicht? Das Quiz ist nicht so cool. Ich kenne auch nicht so viele andere Sprachen, vonwiefern, ne? Arabisch. Anscheinend ist Arabisch in Israel gern gesehen. Marokkanisch, oder? Aber wie schreibt man Marokkanisch? Algerisch. Afrika... Afrikaans. I know, man. Ungarisch. Sri Lanka. Vietnamesisch. Oder halt in Kambodscha. Ist doch, nehm ich da mit. Nehm ich da mit, Leute. Sri Lankanisch. Philippinisch. Bitte sag mir so, wie man Philippinisch schreibt. Philippinisch. Nein! Philippinisch. Hurensohn. So, was hab ich gesagt? Kyrgyzstan. Usbekistanisch von mir aus. Indisch. Britisch. Was willst du von mir, Junge? Ich bin so sauer. Bin so sauer. Bin so sauer. Äh, 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 äh. Littisch. Katalanisch, Vietnamesisch, Katonesisch, Tamil, Tagalog, Tartarisch. Wäre niemand draufgekommen, bin mir sicher. Bengalisch, Belarusisch, Kurdisch, Usbekisch, Italienisch. Italienisch hab ich vergessen. Okay, ja, da wäre niemand draufgekommen. Also das Einzige, was man haben können... Was ich haben hätte können, wäre Vietnamesisch. Und, ähm, Italienisch. Den Rest haben die anderen auch nicht, safe Vietnamesisch Oh, geil, noch Kambodscha geklatscht Katalanisch, ah, okay Kantonesisch Tamil, Tagalog Tatarisch, Bengalisch Belarusisch, Koreanisch Hab ich vergessen Oh, was, Katalanisch Ja, Kantonesisch Ja, 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 okay, man kann sowas schon mal gehört haben Burm, ich war Burm, ne, Burmesisch Hab ich nicht gesagt, Tagalog Ja, Tagalog Tagalog kannst du in Baldur's Gate probieren Aber Tagalog kannst du mir nicht erzählen, was diesem scheiß Quiz ist Actually war ich mit Usbekisch Hab ich das geschrieben? Ich hab irgendwas mit U geschrieben Ja, okay Ich war so, okay, ich hab irgendwie viele Sachen nicht Was ich vergessen, jetzt seh ich, dass die Sachen Eh nie gekriegt Also ich find's voll kacke, dass man einfach die Sachen eingeben konnte Und nicht auf das Feld gehen musste Ich hab einfach irgendwelche Fragen die ganze Zeit geraten Ja, ich denk auch, dass es bei sowas Immer viel besser ist, wenn man nicht einfach Runterraten kann Bei allen Quizes eigentlich Ja Das macht irgendwie so Es ist Raten macht's halt oft einfach kaputt Ich mach mal, ich hab nur zwölf Ich hab elf Ich hab auch elf Let's go! Wir gehen ins nächste Geschichte Quiz Mensch, Brückmann Das ist heute deine Edition Mein Einfluss Wird besser Hört mal rein, ne? Hier gehen rein Los Geschichte-Quiz-Chat Das ist heute, ähm, die Wir blamieren uns-Episode anscheinend Aber da muss man bei Quiz-Duell halt manchmal auch einfach durch Chat Im Zuge welcher Revolution wurde Ludwig zum Tode verurteilt? Franz Französische Revolution Erste Bundeskanzler Adenauer Was kauften die USA im Jahre vom russischen Kaiserreich? Wer gilt als Erfinder des modernen Buchdrucks mit, äh, ja, Gutenberg Koloss von Rodos Welche Grippe? 1918, 1920 Keine Ahnung, Influenza? Ne Masern Ach, kein Plan Gucken wir nachher nochmal Welche Gruppe? 19, 18 und 20 Schauen wir nochmal, schauen wir nochmal Vogelgruppe Kein Plan Mittelalter Was wurde im Mittelalter zur Verhütung verwendet? Darm Naturdarm, ja Die nannte die Armee Der Sowjet-Rote-Armee Was kauften die USA im 18... vom russischen Kaiserreich? Bier, keine Ahnung, Wodka Wer gilt als Erfinder des modernen Buchdrucks? Oh Gott, das muss man wissen Äh, was wurde im Mittelalter zur Verhütung verwendet? Keine Ahnung Schlangenhaut Weiß ich nicht Kuhdarm Ah, Naturdarm Die nannte die Sowjetunion Rote Armee Wunder von Bern WM 1954 Hä? Weltmeistersch Was? Nicht so? Welche ist die älteste Zivilisation der Welt? Azteken Keine Ahnung Okay, 5 Minuten sind die safe zu wenig In Zuge welcher Revolution wurde Französisch Revolution Wer war erst Bundeskern der Bundesrepublik Deutschland? Adenauer oder nicht? Was kaufte die USA vom russischen Kaiserreich? Weiß ich gerade gar nicht Wer gilt als Erfinder des modernen Buchdrucks mit äh, mit beweglichen Boah Weiß ich gerade gar nicht Scheiße Weiß ich nicht tatsächlich Eines der Weltwunder ist der Koloss von Rodos Das hat der Charme Welche Grippe? Spanische Spanische Grippe Die ihren Ursprung gar nicht in Spanien hatte Was wurde im Mittelalter zur Behütung verwendet? Darm Wie nannte man die Armee der Soforte im 20. Jahrhundert? Rote Armee Ist die älteste Zivilisation der Welt? Uuuhh Weiß ich nicht tatsächlich Was war das Wunder von Bern? Thor Thor Von Rahn Was soll das heißen? Weltmeisterschafts Sieg Was war das Wunder von Bern? Was soll das heißen? Weiß ich gut Wie weiß der Wie weiß der Honigwein? Met WM Tor Film Hä? Was soll ich denn da hinschreiben? Entscheidungstor Thor in der letzten Minute Ja, also Bruder Was Wie soll man das denn beantworten? Älteste Zivilisation der Welt Inka Maya Keine Ahnung Da ist der Honigwein Den die Wikinger gerne tranken Met Hauptstadt Was Welche Stadt war die Hauptstadt des Oströmischen Reiches? Rom Äh Alexandria Keine Ahnung Gehen wir weiter Welche römische Herrscher führte den Kalender so wie wir ihn heute kennen ein? Herr Cäsar Wer hat die neue Welt erkundet? Kolumbus Begründer Des wissenschaftlichen Sozialismus Lenin Ähm Welche Burg hat sich Martin Luther versteckt? Burg Burg Wittenberg Nach wem wurde Amerika benannt? Keine Ahnung Göttin Wer hat im Zweiten Weltkrieg Den Code Der deutschen Enigma entschlüsselt? Polen Großbritannien Hä? Wurde das nicht irgendwie von Polen gekauft oder so? Hä? Scheiß Podcastruhe angehört Aber ich weiß nicht wie ich das beantworten soll Fußballtor Torschuss WM Was war das Wunder von Bernd? Ich bin echt gespannt auf die Antwort Älteste Zivilisation der Welt Maja 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 Älteste Zivilisation Ägypter Hauptstadt des Oströmischen Reiches Keine Ahnung Istanbul Konstantinopel tatsächlich Ja Mit welchem Schiff reisen die Pilgerväter 1620 von England nach Amerika? Kein Plan Karl Marx Okay Ich geb Marx ein und denk mir Ey das kann doch nicht sein Wer hat die neue Welt erkundet? Napoleon Weiß ich nicht Kolumbus Wer ist auch Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus bekannt? Welche Burg hat sich Martin Luther versteckt? Scheiße Wer hat im 2. Weltkrieg den Code der deutschen Enigma entschlüsselt? Scheiße Das habe ich dadurch doch den Film sogar zugeguckt Oh Gott das ist nicht gut Okay nach wem wurde Amerika genannt? Nach Amerikanern Weiß ich nicht Wunder von Bern Fußball Weltmeisterschaft Keine Ahnung Inka vielleicht Ne auch nicht Oh wie hieß die scheiß Grippe man Grippe Was haben die denn gekauft 1867? Chat Och du scheiße Leute Spanische Grippe oder? Jawoll Okay das haben wir Was haben die gekauft? Kanada Keine Ahnung Alaska Jawoll Okay was war das Wunder von Bern? Wunder von Bern war doch das scheiß WM Oder bin ich dumm? Deutschland gewinnt Ja geil Konstantinopel Jawoll Mit welchem Schiff reisten die Pilgerväter da rüber? Ja gut Wer ist auch Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus bekannt? Das muss man auch wissen oder? Ah man ey Solche Fragen wenn ich das nicht weiß nervt mich das Turing? Jawoll Alan Turing Netflix hat mich Mit der Turing Maschine da Älteste Zivilisation der Welt Frank Rosin Ja schade Byzanz Mit welchem Schiff reisten die Pilgerväter 1625 von England nach Was weiß ich tatsächlich Keine Ahnung In der ungewöhnlichen Tiere begleiteten fällt Herr Hannibal über die Alpen Elefanten Wer hat die neue Welt erkundet? Kolumbus Nein? Okay Wer ist auch der Begründer der wissenschaftlichen Sozialismus bekannt? Marx Wer hat sich Martin Luther versteckt? Oh Finde ich ein Nach wem wurde Amerika benannt? Was? Nach wem wurde Amerika benannt? Indien Was weiß ich? Captain America Wer hat im zweiten Weltkrieg den Code der Deutschen in Ingmar entschlüsselt? Achso welches Land? England? Nein Nein Es ist ein Name gefragt ne? Was weiß ich Scheiße man Okay wir haben doch genug Zeit Öl Was kauft man vom russischen Kreisereich? Bahnschienen Wer ist der Erfinder des modernen Buchdrucks? Wirklichen Zu Guten Nee Gutenberg ne? Gutenberg War das Gutenberg Jaja Was war das Wunder von Bern? Ein Tor In letzter Minute Was war das Wunder von Bern? Ein Tor Hä? Letztes Jahr in der Welt Wie heißen die nochmal? Scheiße Junge Kann ich nichts mehr eingeben Ah Alan Turing Die Wartburg Nein die Wartburg Deutschland gefündet Fußball WM Also Da muss ich einen Satz als Antwort schreiben Mayflower hätte man wissen können Oh Gutenberg okay Kolumbus? Ich habe doch Kolumbus eingegeben Aber mit 10 ne? Karl Marx Logisch Oh Gott Ich habe überlegt ob ich es reingebe Aber mir war es zu peinlich wenn es nicht stimmt Oh ne Das gewinne ich nicht Wieso Potamien? Das hätte ich nicht gewusst Mayflower habe ich auch noch nicht gehört Amerigo Vespucci Scheiße Cäsar? Habe ich doch eingegeben Hä? Deutschland gewinnt Fußball WM Das muss ich aber ganz ehrlich sagen Das habe ich ja Obviously richtig Ja mit E Ach come on Was? Das ist ja Aber das ist Bullshit Ich dachte übrigens Alan Turing wäre jemand der Rennstrecken Oh Alaska okay Ich dachte übrigens Alan Turing wäre jemand der Rennstrecken geproduzioniert hat oder so Also mach das mal Aber ich bin groß Ich bin grob unzufrieden mit dem Quiz Also ich muss sagen Wer sich bei Wunder von Bern ausgedacht hat Dass man das so schreiben muss Ja okay Dann wäre das gleiche Problem oder? Ich habe 80 mal eingegeben bis ich es geschafft habe Ich habe auch bei Wunder von Bern WM Sieg Fußball Tor Ja ich auch Ich bin voll verwirrt Ich habe nur 12 Ich habe 14 Ich habe auch 12 Top 100 Super Nintendo Spieler Ja gut das gewinnt Les Klasse So ein Mute Top 100 Super Nintendo Spieler Super Mario World Super Mario Bros Brothers 2 World 2 Yoshi's Story Oh ist einfach direkt irgendwo International Superstar Soccer Hä? Was ist da passiert? Yoshi's Story Yoshi Ne warte Da machen wir Pass auf wir machen Castle Castlevania Castlevania Anscheinend doch nicht Okay Ähm Battletoads Ja Anscheinend auch nicht Schade FIFA 98 97 96 Super Soccer Dr. Mario Okay Vielleicht Vielleicht bin ich bei Super Nintendo Spielen doch auch nicht Äh So spitze Mario Land Mario Party kam erst Kam erst für Für die M64 Ich bin mir relativ sicher Metroid Kam auch erst später Ne Tetris Ist eigentlich safe oder nicht Ne Super Tetris Pinball Metal Gear Solid Mh Ne Äh Ghosts Goblins Ghosts And Goblins Goblins Ne Schade Ninja Gaiden Was ist denn das Top 1 Kirby muss irgendwo Kirby Kirby's Dream Land Okay Ich Anscheinend ist hier Komplett vorbei Ähm Donkey Kong Country Super Mario Bros 2 3 4 5 Super Mario Mario Ja gut Super Mario 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 Tetris Ich hab keinen Bock mehr Mario Kart Mario Brothers Aber der Voice Craig Donkey Kong Ja was soll die Scheiße Super Donkey Kong Ey ich hab keinen Bock mehr Was sind denn Super Nintendo Spiele alter Zelda Super Football Super Tennis Es gibt wirklich Super Tennis Super Golf Super NFL Super Quiz FIFA Ja wahrscheinlich nicht Super Luigi Super Football Super Soccer Super Superman Jawoll Super Woman Gleichberechtigung gab's damals noch nicht Super Hero Man Batman Metroid Ist ein Scheißspiel Ich hab auch keinen Bock das jetzt 8 Minuten lang zu machen Kackwiss 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 Gibt's denn noch alter Ping Pong Super Ping Pong Kirby Wonderland Kirby Mega Sonic Donkey Donkey Kong Island Yoshi's Island Let's go Super Mario World 1 Junge Mit Köpfchen Wario Land Yoshi's Dream Kirby's Dreamland Hä? Okay was? Moment Was ist denn die Aufgabe? Deutsche Übersetzung Top 100 Super Nintendo Spiele Super Mario 1 2 Mario 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 Kart Und da Mario Kart zählt aber als Super Mario Kart Okay Also gab's kein Jump'n'Run Ich sollte nicht in den Chat gucken I'm sorry Also wir reden dann nur von Super Nintendo Diese ganz alte Konsole wahrscheinlich oder nicht? Dann nehm ich einfach Charaktere aus Smash Brothers Oder ist Smash Brothers Melee zum Beispiel dabei? Ne Weil sowas wie Paper Mario gab's ja auch safe aber ist halt nicht alt genug ne? Super Mario World 3, Yoshi's Story 2, 1, Mario RPG, Paper Mario, GoldenEye, ist auch alles N64 oder nicht? Perfect Dark Das wären noch 7 lange Minuten Kann ich jetzt schon sagen Pro Evolution Soccer Ne Evo Okay Search for Eden Golden Sun Ne Was mit Mana Habe es vergessen RPG Tactics Oh mein Gott Ninja Turtles Kann doch nicht sein Earthbound Ist mit drauf Sehr gut Pokémon Stadium Stadium Ist auch N64 Stadium Ne Pokémon Mystery Dungeon Ne Ist auch alles nicht SNES Super Mario World Double Dragon Double Dragon Double Dragon haben wir mit drauf Super Double Dragon Genau Turok Ist auch N64 Ja N64 war ein bisschen leichter gewesen glaube ich Earthbound 2 Dr. Mario hatten wir schon ne? Star Fox Madness Irgendwas Kirby's Dream Land Kirby Kirby Kirby's Dream Land Also Kirby Es ist doch ein War das nicht ein SNES Game? Final Fantasy 1 2 Final Fantasy 3 Final Fantasy 4 Ok 2 Punkte Wichtig Aber 11 von 100 ist nicht komplett verkehrt Denke ich Legend of Oh The Legend of Zelda The Legend of Zelda 2 Ne was Was war denn SNES Zelda The Legend of Zelda Was war denn SNES The Legend of Zelda Keine Ahnung Mehr kriege ich nicht glaube ich 5 werden auch nicht reichen für Platz 2 Für 1 Aber vielleicht kann ich Brücki ausschnechen The Death and Return of Superman The Birth of Superman Rayman Soccer World Football Championship Need for Speed Street Fighter 1 2 Oh Street Fighter 3 4 5 7 Super Mario Kart 2 3 4 5 Mario 1 2 3 4 5 Super Tennis 2 3 4 5 Yoshi 1 2 3 4 5 Mario & Luigi Kirby Scheiße Chat Super Smash Brothers 1 2 3 Super Mario Bros 1 2 3 4 5 Rockets Star Trooper Starship 1 Star Wars Star Wars Super Star Wars Wirklich Lord of the Rings Keine Ahnung man Madden Oh damit können wir cheaten vielleicht Also das ist Hä? Also F-Zero weiß ich Super Mario Kart Okay Soweit so gut Und dann Donkey Kong Land World City Ach, kann ich eigentlich schon abbrechen Muss ich sagen Kann ich wahrscheinlich abbrechen Ich hab einfach keine Super Nintendo gehabt Und die Spiele die man so kennt Die so gängig sind Geh nicht Fox Gibt's noch Falko Pokemon Gab's ja nicht ne? Vielleicht in Pokemon Edition durchgehen Aber Stadium war zum Beispiel auch ein altes Game Aber nicht so alt Glaube ich kann die abgeben Weil das mit Castlevania gab's vielleicht ne? Auch nicht Links Awakening Links Awakening Ne Gab's ein SNES Zelda? Ja oder? Dreamland Was ist denn das meistverkaufte Super Nintendo Game? Mario Super Mario Land Land Ne Muss doch eigentlich ein Super Mario Game sein oder? Ey ich hab so wenig Ähm Fire Emblem Zwei Drei Vier Fünf Wie heißt es nochmal hier Nicht Dirt Bike sondern Dirt Bike Ne Racing Simulator Wie heißt es nochmal? Crash Ne Excite Bike Excite Bike Ist auch nicht mit drauf Klasse Punch Out Super Punch Out Mike Tysons Punch Out Ist nicht mit drauf Mortal Kombat Eins Zwei Oh Mortal Kombat 2 ist mit drauf Cool Mortal Kombat Drei Ne Tekken Zwei Drei Vier Tekken PS Keine Ahnung Duck Hunt Castlevania Zwei Drei Da ist sogar ein Castlevania mit dabei Super Castlevania 4 Castlevania 5 5 6 Symphony Of Night Hm Ne Final Fantasy mit drauf Also ich kann mir nicht vorstellen dass die anderen mehr haben werden als ich Kann ich mir nicht vorstellen Aber Ne Ice Hockey NBA Football Touchdown Ninja Gaiden 2 3 4 Kirby 2 3 4 5 Ich hab nix mehr Goblins Es heißt ja eigentlich Ghosts and Goblins Ghouls and Goblins Dass das nicht mit drauf ist Ich bin echt gespannt was die 1 sein wird weil es muss irgendwas geben was ich so voll hart offensichtlich Übersehe Ganz ganz böse nicht auf dem Schirm habe Zelda 2 3 4 5 Ne Scheiße nur eins NBA Super Basketball NFL NFL Scheiße man Ähm Captain Falco Lylat Wars Star Fox Jawoll Jawoll Ness Fuck wie hieß das dieses Pokemon Damals noch nicht X A B C D Quiz Jeopardy Schade Ähm Paper Mario 1 2 3 Banjo Kazooie Luigi's Mansion Resident Evil Doom Counter Strike auf dem Super Nintendo Kingdom Hearts Oh vielleicht Final Fantasy Oh 3 Oha Scheiße Ich dachte ich kann mich ziemlich durchcheaten Super Donkey Kong Super Mario Kriegen wir noch irgendwas Irgendwas müssen wir noch kriegen Chat Captain Falcon Kirby ist ja auch irgendwas noch aber wie heißt das Scheißspiel Ne mir fällt nichts mehr ein Ich glaube ich gebe auf Also es lohnt sich nicht das zu spielen Super Mario World Bin ich blöd Chat oder habe ich das nicht eingegeben Was habe ich denn eingegeben Ja sagt mir alles nichts muss ich zugeben Mario Land Okay Land Bros Ja ich habe mehrere Optionen probiert Aber ey ganz im Ernst wenn es nicht klappt dann ist auch okay ne Lassen die mal spielen Und machen wir wieder eine Runde Schach Wahrscheinlich müssen wir hier raus Mal gucken wie schnell wir spielen Ja in den 10 Sekunden kriege ich nichts mehr Ja Link to the Past Okay Super Metroid Ich habe Metroid Man muss halt man braucht Chrono Trigger Ja da hätte ich darauf kommen können Aber da muss man relativ genau mit den Titeln sein so also Super Metroid und so Ich kenne halt die genauen Titel immer nicht Ich habe ja auch Mario RPG geschrieben Aber ich weiß nicht das Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars heißt zum Beispiel Ist einfach Ich hatte raus Secret of Mana hätte ich darauf kommen können Tetris hätte ich auch geschrieben aber muss Also die Titel sind zu genau also Nicht zu genau aber es ist halt schwer darauf zu kommen ne Legend of Zelda Link to the Past Ah shit das lag mir auch wohl Ja Earthbound ist das mit NES glaube ich Kirby Super Stark Scheiße Bomberman NHL Oh da habe ich gar nicht dran gedacht Ich habe früher auf dem PC Ganz als Kind immer so ein altes Eishockey gezockt Das war geil da konnte man sich prügeln und sowas Das war ein richtiges Scheiß Quiz Will keine Nintendo Sache mehr Ich auch nicht Da muss man zu genau mit den Titeln sein so Und da wäre ich auch raus Ich habe so Kirby Streamland zum Beispiel angegeben Aber es zählt halt nur Kirby Streamland 3 Okay also ich habe 13 Ich habe 2 Ja ich meine das ist verständlich Ich habe nur 14 tatsächlich Mega knapp Pit Mann Filme Bilder KI Teil 2 Super Das wird Pixel sein oder? Pixels Cock Schade Joker Schweigen Der Lämmer Jurassic Park Oder World Die Mumie Titanic Room Raum Okay Warte Hätte sein können Äh Messer Taschenmesser Okay das sind alles Taschenmesser oder? Oder Messer Aber ich weiß nicht was das für ein Film sein soll Auf Messers Schneide Das hier ist Mann im Wasser Aquaman Oh ich muss drüber tippen Aquaman Oh es ist Aquaman und das ist Batman Und der Ring Und Traffic Irgendwas Traffic Ja Parking Lot Kissing Booth Und das hier ist Sparta Hier 300 Ist das nicht 300? Dann wird das Gladiator sein oder? Ja Löwenkönig Äh Der König Der Löwen Chicken Joker Interstellar The Lamp Schweigen der Lämmer Jurassic Park World Mumie Titanic Bilder KI Teil 2 Die Bilder wurden alle mit einer Zeugstellen Filme da Ich hoffe das Quiz gefällt euch Ich hoffe mir auch Das ist doch der Joker oder nicht? Joker Schweigen Dilemma Die Mumie Titanic Gladiator Hahaha Pixels oder Pixels Nein Doch Stark Junge Gibt es hier so einen Knives Out Film? Holy shit das wird sick Batman Gladiator Deswegen sind die Dinger nicht schwer ne? Das ist mein Problem Die Dinger die ich habe Also ich habe schon coole Dinger Aber es ist etwas was die anderen auch eigentlich immer wissen Karate Kid Emojis Oh mein Gott Okay Und das hier ist Ähm Dance Mortal Kombat Ne die kämpfen gegeneinander Unter Sternen Starfighter Star Wars Junge Wie bad Emoji Der Film Super Ja Also die offensichtlichen haben wir Wir haben bis jetzt aber noch nichts was nicht leicht ist Cornfeld Cornfield Cornfield Chase Ähm Interstellar Schneider Taschenmesser Schweizer Taschenmesser Ich weiß nicht was das für ein Film sein soll Und das hier ist Tür The Door Die Tür Das ist ähm Das ist ähm Keine Ahnung Traffic Jam Parking Lot Slumdog Millionaire Auch nicht Schade Black Swan Gibt es denn noch für einen Tanzfilm? Die tanzen aber ein bisschen miteinander Aber warum? Zwei Hühner Two Chicken Chicken Haufen Ähm Ja schade Was ist das hier? Feld Grashalm Feld Feld Gras Weizen Das ist ja Wanechka was das denn da hier gemacht hat Guck mal das ist ja brutal Ähm Ey das ist Keine Ahnung Blade Runner oder so Blade Runner Ne Ey Ich Was soll das denn sein? Schweigender Mumie Titanic Batman Aquaman Deutscher Titel Messer Batman Gladiator Wönig Der Löwen Step Up Oki Ok Scheiße Pixels Toll wirklich Chicken Was Chickens? Corn Knives Kissing Booth oder so Ja Olds Graphic Oder sowas Wollt das denn sein? Miley Winions oder so Was soll das sein alter? Cornfeld Geht Ob die KI die einfach nur den Titel vom Film bekommen hat Die Bilder von Oder ob die Filme beschrieben wurden Und die Auf dem Minder schreite ich doch direkt zur Tat Ey Ripstar Oder ob die KI eine Beschreibung von dem Film bekommen hat Komm ein zwei müssen wir noch hinkriegen Was soll das mit den Hühnern sein? Knives Knives Out Jawoll Geil Was soll das hier sein? Traffic Oh Emoji Geil Dirty Dancing Nein Dance Das wäre so ein Black Swan Angle Nein Traffic Stau Taxi Driver oder so Nein Kiss Kiss Box Box Kiss Ja Ahnung Man Underwater Aquaman vielleicht einfach oder? Klar aber hätte man wahrscheinlich anderes gesehen Nö Achso Aquaman okay What the fuck soll das sein? Is Kaffee Okay The Room Einfach Jurassic Park Let's think World Okay Chicken Hero Das ist ja alles was ich sehe an Was sind das? Zwei Hühnchen Chick 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 Getreide Field of Justice Ist das ein Film? Keine Ahnung Field of Weizenmann Und Blaubarschbue Nein 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 auch nicht Das ist Fight Club vielleicht ne? Ne auch nicht Ahhhh Ich muss doch Ich hab' Gefühl ich muss nur ein oder zwei finden Dann hab' ich dann bin ich durch Crash Wieso hab' ich den Tit auf? Also ich denke ich bin mit 13 von 20 actually stark Aber das Ding war noch nicht so schwer Und hm Gibt's doch die Last Dance gibt's locker ne? Black and White Dancers Fighters Box Boxit Rocky Balboa Okay Eins zwei drei Vier Oh schon vorbei Knives out Oh Knives out Ich muss sagen die Sachen die ich nicht habe die ich auch nie kriege wahrscheinlich Junge Im hohen Gras Die wilden Hühner Okay hätte ich kriegen können The Kissing Booth Really Star Wars Junge Ja Ich bin nicht gut Ich hab' nur 13 Oh Ich hab' 14 Scheiße ich hab' auch 13 Ja Den hol' ich mir Tiere fusioniert Teil 4 Das ist immer nice Das ist echt schön nice Auch schwer Chat Können wir's schaffen heute? Das ist ja Guckt euch das mal an Es ist einfach Schmetterling und Katze Flamingo Und Froschsein Genau Und Igel Und Pinguin Sehr gut Und Kamel Und Hund Und Regenwurm Und Schlange Ne Schade Naja gucken wir nochmal Komm' auch bestimmt mal drauf Giraffe Und Panda Das ist äh Absolut Fucked up Bisschen aus wie Fledermaus Keine Ahnung Gucken wir weiter Die Ohren zumindest Äh Fuchs und Nashorn Zebra und Krokodil Ja das sind ein paar dabei Die sind auf jeden Fall deutlich leichter diesmal Katzenschmetterling Ne Katze Ich muss das anregen Pinguin Igel Und Lama Äh Kamel Schlange Regenwurm Panda Zebra Panda Nashorn Affe Schamaleon V Reh Ziege Ratte Schwein Schildkröte Ase Bulle Stier Katze Und Smetterling Das ist ein Smetterling Leute So Das ist Eine Robbe Robbe Und ein Iltis Das könnte Wait Ach das kann ich einfach so Ach das kann einfach so Frosch Spinne Mit einem extra Auge Nein Frosch und Ditto Das sieht auch sehr cursed aus by the way Das Igel Pinguin Kamel Hund Wurm Natter Schlange Vipa Ist ja sicher ob die Unterarten halt da mit dran bei sind Das wäre einfach eine Schlange so und halt ist auch ein Wurm also Wurm Python Wurm Kameleon Affe Ähm Hier haben wir Antilope und Pfau Garzelle und Pfau Reh Oh das ist einfach ein Reh Fuck Elefant und Papagei Okay Hier haben wir Schaf und Möwe Taube Ja das ist tatsächlich ein bisschen leichter diesmal Ziege und Maus oder Hamster Schwein und Schildkröte Kuh und Hase Gepard und Eichhörnchen Wolf und Maus Tiger und Waschbär Ja die also die die waren Diesmal war es viel leichter als die letzten Ähm Aber wir haben ja noch zwei ne Das hier ist Wahrscheinlich Wiesel Wiesel und ein Hai oder so Ne Das wird schwer Hai und Wiesel Marder Wie nennt man die Dinger denn Frettchen ne Frettchen Aber was ist das andere Robbe Ist das ein Frettchen Sieht aus wie ein Frettchen oder Ich weiß nicht was das hier sein soll Zebra Krokodil Wolf Ratte Maus Lö Tiger Stinktier Eichhörnchen Gepard Elefant Papagei Was Fick ist das mit nem Känguru alter Kaninchen Stier Nashorn und Otter und Frettchen Schade Fledermaus Känguru Schade Känguru Fledermaus Ja sein können Nashorn Fuchs vielleicht Jawohl Regenwurm Natter Schlange Obra Ja das wird es mal sein Panda und Giraffe Känguru Und dann Wie kann man denn so hässlich sein Als Känguruspinne ist es nicht oder Fuchs Nashorn würde ich sagen Krokodil Krokodil Zebra Lemur Chameleon Es kann Lemur dann einfach ne Faure Elefant Papagei Schaf Ne Ziege eher ne Ist das eher ne Ziege Das zweite da Ziege Hamster Alten Nager Ich hasse Ham Ich hasse Nager Schweinschildkröte Das sieht auch witzig aus Das ist ein Äh 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 Eine 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 Gans Eine Gans und ein Schaf Oder was ist das Eine Gans Leute Oder was ist das hier Truthahn oder Truthahn Schaf wahrscheinlich Truthahn Lama vielleicht Ja da komm ich nicht drauf Und das hier ist auch hart Das sieht für mich einfach nur nach Schlange aus Aber da ist nicht irgendwas mit drin Gürtel Gürtelt hier eine Schlange vielleicht Ne schade Schlange und Boah was ist das Wir hatten ja Wurm ne Regenwurm Aber ist es nicht Aber das sieht einfach nur nach Schlange aus Ich weiß nicht was das sonst noch sein soll Kakerlake Ameise Schabe Keller Ja Null Plan Vielleicht ist es aber auch Wurm oder ein Regenwurm und eine Anaconda Oder Kobra oder so Da wird da immer Schlange stehen oder Gürteltier Und Kobra Schlange Was ist das Ich hab's nicht Null Plan Wiesel Robbe Ähm Fisch Seehund Hai Delfin Äh das hier Ja Aber das hat denn so eine Flosse da hinten Wird halt ein Delfin sein oder nicht Meerschweinchen Ziege Ziege Ratte Maus Otter Wiesel Maus Ratte Hättchen Frosch Flamingo Er Ihm geht's gar nicht gut Chat Panda Stier Bulle Nashorn Panda Giraffe Geil Meerschweinchen Ziege Hase Pferd Ne ne Gepard Eich Hörn Das ist schon wieder so Ratte und Wolf vielleicht Wolf Maus Ja Tiger und Katze Nein Tiger und Wer guckt denn sonst noch so süß? Hä? Was ist das für ein Schwanz? Tiger und So Ameisenbär mäßig oder was? Das hat denn gar nicht die anderen Features ne? Ne Tiger und Also sieht sehr sweet aus aber was ist das für ein Schwanz? Das kann doch auch ein Pfau ein Schaf sein? Erdmännchen Marder Robbe Hä ein Dachs ist ja Quatsch Marder, Wiesel, Frettchen Ah ich hab's doch gerade mal eingegeben! Ach Krise Komm Ey Ne Millisekunde Hä was hab ich Ach Känguru und Spinne Ich hab da gar nicht mehr daran gedacht Delfin Ah ein Delfin? Schlange Tausende Känguru Spinne Boah hart Hamsterziege Schaf Taube Tiger und Waschbär Oh nicht so einfach alter Und Hase und Kuh Pfff Affe Schamaleon sieht auch krass aus alter Delfin Delfin Frettchen Schlange Tausendfüßer Okay Tausendfüßer hätte ich vielleicht noch probieren können Flamingo Frosch Ja Affe hätte gereicht Affe Kamele hätte gereicht Scheiße Tiger Waschbär Okay Manche sehen schon sehr cursed aus Ich hab in der letzten Millisekunde Delfin Frettchen eingegeben Aber es war gerade nicht mehr in Time Äh ich kann auch nicht mit 13 Same Ich hab 17 17 Ja komm Ich bin da durchgerauscht Und dann Ich hab wirklich alles First Try gehittet glaube ich Und dann hab ich einfach nur Delfin und Frettchen versucht die ganze Zeit Und hab es nicht mehr hingekriegt RTL 2 Anime Serien ab 1999 Okay Sehr spezifisch Da hab ich noch nicht mal gelebt Das ist ja wirklich das Gebiet dann Ich glaube es könnte für mich sein ja Ach ab 1999 1999 Ja Okay dann gehts Also mit Beschreibung Okay okay I see let's go So das ist vorletzter Solange ich jetzt nicht zweimal dritter werde und Philipp erster Holen wir es nach Hause bin mir sicher So wir gehen rein RTL Anime Serien Ich mach Jetsu Ab 1999 Die Suche nach sieben magischen Kugeln Das wird Dragon Ball sein Eins gab es 150 davon Pokémon Teilensinnere Freunde werden in die digitale Welt gezogen Digimon Ein Videospiel entführt Genki in eine andere Welt Sword Art Online Genki in eine andere Welt Ein Videospiel Ja Hunter Hunter Ne da ist kein Genki Ein Steinzeitjunge findet sich im Zeitlabor wieder Irgendwo wird Mila als Superstar oder so dabei sein Ne schade Sailor Moon Die dritte Staffel in der digitalen Welt Yu-Gi-Oh ist dabei Da drüben Zeit für ein Duell Genau Es dreht sich alles im Kreisel Bayblade Sehe ich da drüben Junger Held will König der Piraten werden Ah One Piece Ein Hundedämon wird wieder erweckt Wat? Ein Ninja wird geboren Wat? Es dreht sich alles um Schamanen Schaman King Schaman King Suche nach sieben magischen Kugeln Dragon Ball Pokémon Digimon Ähm Monster Ranger Ne schade Ach doch Monster Ranger Ein Zeitlabor wieder Die Engel der Liebe Das ist von Google Dragon Ball Z Jen Die Kamikaze Diebin Edward Falken und sechs kleine Hexen Ähm Doremi Banger Spanger Doremi Opening Müssen wir gleich mal wiederhören Die dritte Staffel in der digitalen Welt Ähm Ich bin nur ein großes Digimon Frontier Ne Erstmal weitermachen Ähm Satans Blood Movie Gern Martin Mundberg ist der, der mal seinen Arsch gezeigt hat Fuck wie hieß der? Okay Also Das ist theoretisch ja meine, meine Jugend, ne? Dragon Ball Dragon Ball Z Ich muss das, das ist, weil es gut vorkommen Eins gab es 150 davon Pokémon Teilen seine Freunde Digimon Wir spielen für Genki in eine andere Welt Ja, okay Monsters oder so Das gab's Monsters Nein? Scheiß, das ist doch nicht meine Zeit Der Engel der Liebe im Hochzeitskleid Kann ich Glücksbärchen probieren? Jandark Oh mein Gott Jandark Ah Die Kamikaze-Diebin ist locker Jandark Aber wie schreibt man die? Ach man Etwa Edward Falcon und seine sechs mächtigen Steine Kleine Hexen Ich bin doch nicht so gut daran, wie ich dachte Das ist für die digitalen Welt Haymos oder so ein Shit Ach geil Kleine Hexen Conan ist Hä? Detektiv Conan Der Ninja wird erwachsen Ach so, ja Naruto und Naruto Shippuden Shippuden Das war quasi schon Das waren schon die neuesten Ein kleiner Hamster geht auf Abenteuerjagd Hamtaro Ähm Die Kamikaze-Diebin Jan Die Kamikaze-Diebin Schreibt man das nicht so? Schaden 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 Schreibt man denn Schreibt man nicht so? Hä? Dachte man das schreibt man so? Die Engel der Liebe im Hochzeitskleid Son Gugu würde wachsen Ah ok Dragon Ball Z Abedward Falcon Sechs mächtige Steine Captain Mr.. Keine Ahnung Captain America Ne ist quasi Es ist Ich glaube nicht, dass es richtig ist Die dritte Staffel in der digitalen Welt Boah Digimon Irgendwas Ein kleiner Satansbraten vulgären Mundwerk Shin Chan Ein Teenager wird wieder zum Grundschul und löst Fälle Detektiv Conan Inuyasha irgendwo vielleicht Ja Und der Dämon wird wieder weg Ok das ist Inuyasha Perfekt Und dann Ranma Wenn man ihn mit kaltem Wasser überschüttet wird er eine Frau Ein Außerirdischer macht die Schule unsicher Hä? Ein verrückter Doktor erschafft ein Robotermädchen Powerpuff Girls Bestimmt Ich meine erstmal alle die ich safe kenne Detektiv Conan Ranma Ein Außerirdischer macht die Schule unsicher Amtaro Zeit für ein Duell Yu-Gi-Oh Beyblade One Piece Inuyasha Ein Ninja wird geboren Naruto Also ein Schamanen Shaman King Ein Ninja wird erwachsen Boah Boruto oder so? Wie hieß das? Keine Ahnung Ok machen wir erstmal weiter Ein Engel der Liebe im Hochzeitskleid Digimon Frontier Tamers Ok Boah Wie hieß der kleine Junge der mit dem Arsch gewackelt hat Alter Oh Fuck Den kriege ich noch Chat Den kriege ich noch Es gab so ein ganz wilder Nummer Ranma Da war so ein Typ Der konnte so eine Frau werden und so Es gab richtig schlechte Animes auch Was weiß ich wie die Außerirdischer macht die Schule unsicher Verrückter Doktor Er schafft ein Roboter Mädchen Ein Kleineser geht auf Abenteuerjagd Zeit für ein Duell Yu-Gi-Oh Das ist im Kreise Das war Beyblade Inuyasha In In Nu Yasha Genau Das war glaube ich auch ganz gut Ein junger Held wird mit König beraten werden One Piece Das kennen viele Tamers werden zu Magical Girls Was ist denn mit Sailor Moon eigentlich? Sailor Moon Ist doch locker auch immer dabei Nein? Krass Ein Ninja wird geboren Naruto Sie hat alles um Schamanen Shaman King Ich glaube da habe ich auch schon nicht mehr geguckt Der Ninja wird erwachsen Naruto Zwei Mädchen werden zu Magical Girls Was weiß ich Impossible oder so? Ein kleiner Hamster geht auf Abenteuerjagd Ein Videospieler fünft Gänkchen in andere Welt Ich bin sicher, dass die Kamikaze-Dippen irgendwas mit John Dark hieß Aber ich weiß nicht, wie die Sendung dazu hieß Edward Falcon und sechs mächtige Steine sagt mir auch gar nicht Kleine Hexen Irgendwie, ich würde so Witches sagen oder so, aber Kann doch nicht sein Wie schreibt man das denn? John 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 Ah Ich habe es Ein Steinzeitjunge findet sich im Zeitlabor wieder Ein Videospiel entführt Genki in eine andere Welt Digimon Frontier, ne? War eins Frontier Frontiers Digimon Returns Digimon Holo Digimon 2 Digimon Knights Keine Ahnung Kleine Hexen Boah Ich kann mich sogar so ein bisschen Also es bimmelt so ein bisschen, aber Rig Rig Ich weiß nicht, wie Ich habe das ein paar Mal gesehen, glaube ich Das mit den kleinen Hexen Aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß Gar nicht mehr Entschuldigung Ein Videospiel entführt Genki in eine andere Welt Yu-Gi-Oh! Bayblade Pokemon Digimon 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 World Zwei Mädchen werden zu Magical Girls An meiner Halbheit ist Mila Superstar Super Kickers Captain Tsubasa Pack, wie hieß der? Guck mal Wasser Ah, ich hab's! Oder? Ne, doch Doch, 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 doch Ähm Hey, hey Chin-Chan Hä? Das ist doch Chin-Chan oder nicht? Chin-Chan 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 Ah, so, okay Das war auch eine ganz weirde Serie, Alter Hat der nicht immer irgendwelche Frauen begrabbelt und seinen Arsch gezeigt? Auch ein geiles Konzept eigentlich Roboter-Mädchen Engel der Liebe im Hochzeitskleid Zwei Mädchen werden zu Magical Girls Auch geil Wings vielleicht? Na, schade Wings Club Ich glaub, mehr krieg ich nicht, Chat Monster Ranger bin ich stolz, dass ich die erraten hab Die war eigentlich auch geil, die war underrated, die Serie, fand ich Fairies So will man auch Fairies glaub ich nicht schreiben Egal Was weiß ich, Alter Ja, ich bin bei sowas immer ganz mies So Glückstreffer da hinten raus zu landen No Idea Muss ich aber auch gar nicht, Leute Ich erzähl euch kurz, was ich geguckt hab und was nicht Ich fand Dragon Ball mega scheiße, okay? Ich fand Dragon Ball mega scheiße, der Ursprung als Kind ist Mega Bullshit und beschissen Pokémon, die Serie, completely ass Die Serie, die gut war, war Digimon Digimon war zehnmal besser als Pokémon bei der Serie Dann Dragon Ball Z, hab ich actually viel geschaut, fand ich ziemlich cool Lief auch abends Da war mir ein bisschen mehr Ruhe für Weil die meisten Sachen liefen immer so mittags oder vormittags Und da bin ich dann meistens lieber rausgegangen oder so, als mich von Fernseher zu setzen Digimon Tamers hab ich nicht mehr geguckt, glaub ich Ich hab Digimon Staffel 1 und 2 genossen Und danach nicht mehr zugeschaut Intellektiv Common Ah, fand ich nicht so geil, war aber okay Mein Vater hat halt mit mir geguckt Das war nett, aber war nicht so cool Ranma hab ich immer für ein ganz weirdes Piece of Story gehalten Hab ich auch nicht geguckt Da war irgendwie so Mann-Frau-Wechsel permanent Ganz, ganz komische Nummer Und ich glaub, die war auch nicht unbedingt für Kinder gemacht, wenn ich mich nicht falsch erinnere Weil da irgendwie auch sexuell mitgespielt wurde Dann war Yu-Gi-Oh! hab ich geguckt, fand ich aber nicht so gut die Serie Bayblade hab ich nicht geguckt One Piece hab ich geguckt, den Start fand ich sehr gut Und hat dann irgendwann, weil's mir zu abgefuckt wurde, aufgehört Inuyasha, glaub ich, hab ich geguckt Und fand ich auch gut Naruto ist wahrscheinlich mein Lieblingsanleger Ja, ich bin fertig Der hat mich komplett abgeholt Die erste, also Naruto schiebt oben Ich hab noch 30 Ich hab noch 30 Ich hab noch 30 Ich weiß mehr nicht, Leute Safe nicht Irgendwas mit John Dark wird hier kommen Aber nicht so, wie ich's geschrieben hab Leider Taro Alien, Dr. Slum, Predicure Noch nie gehört Doremi hätte ich drauf kommen können Digmund Tamers Wär ich nicht drauf gekommen Aber ja Monster Ranger, Wedding Peach, Flint Hammer Okay, nee, hätte ich alles nicht gehabt Ich hab alles, was ich weiß Ja, das war der Willst du mich verarschen? Flint Hammerhead Monster Ranger Ja, sowas Das hab ich glaub ich auch geguckt Das fand ich Ich weiß nicht, ich glaub Ich glaub das war cool Das war auch so Monster So, so random ass Monster Und ich glaub die waren auch cool Chin Chan Bleh Okay Das war auch so richtig, richtig bad Die hier kenn ich schon alle gar nicht tatsächlich Chin Chan Detektiv Conan Abdo Also ich fang einfach mal an, okay Weil ich glaub ich hab am wenigsten Ich hab 16 Ja ich hab 14 Ich hab 19 Ist das denn 19 ist schon ein 10 Taro Alien, Dr. Slump hab ich auch noch nie gehört Granma Auch ganz verstörende Serie damals gewesen Ja Granma war ja Merkwürdig Bilder nach Buchstabe L Das letzte Toll Wir gehen rein Morghini Da geh ich kurz vorbei Äh Louvre Limbo Louisiana Ne Warte Ne Was ist das denn? Gucken wir noch Da sehen wir Lavendel Ganz rechts Und Lufthansa links daneben Und drunter ist Lava Und Lego daneben Und L Q Ne Ähm Luxemburg Und drunter haben wir Lastwagen Und rechts daneben haben wir Laute Die Lederhosen Linke Dann brauchen wir quasi Das irgendwas mit Ski oder so An Landstraße Hä? Nach L Lambo Lufthansa Lavendel Luxemburg Lego Lava Latzhose Ne Lederhose Ja Laute Winkeln Wer ist er denn? Scheiße Und wie heißt das denn nochmal? Ich hab grad so ein Blecker Wie heißt das? Limbo? Das hab ich keine Ahnung Den sollte man wissen Das sollte man auch wissen Äh Was ist das für ein Land? Übrigens ist es nicht Lufthansa Was ist das für eine Pflanze? Lavendel ne? Lava hab ich noch gesehen Lincoln hab ich noch gesehen Lego hab ich gesehen Ist das Lego? Ne schon ne? Lederhosen Laute Lkw Lkw Ein Lokse Hahahaha Ist das ein Lokse oder nicht? Ist das selbe ein Lokse oder ein Lulle Äh What is this? Ist das ein Bundesstaat in Amerika oder nicht? Libyen ist kein Bundesstaat in Amerika Noch nicht Lawine? Langlauf? Ne Louisiana Louisiana Oh Jetzt Wusste noch nicht wer was schreibt Ok also Das ist Skigebiet Skigebiet Langlauf zählt nicht Ski 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 Vielleicht auch nicht Ski Schnee Straße Lawine Ist nicht Keine Ahnung was das sein soll Auch kein Plan Ludwig Er ist er Vielleicht nur zwei aber Ne drei hier unten Zieht aus dem Büffel ne? Büffel Langehorn Ochse Ist das denn? Wasserbüffel Die Jagd La Zur Richtig krasse Hörner Was ist das denn dann? Boah Da komm hier gar nicht drauf Das sollte man Probably auch wissen Den muss man glaube ich nicht wissen und das hab ich grad keine Ahnung, was das sein soll. Lastkraftwagen. Jawohl, LKWs, okay. Der wird irgendwie, das wird wieder irgendein übelst bekannter, historisch wichtiger Mensch sein, den ich jetzt nicht kenne anhand des Bildes und das wird schon wieder sehr peinlich. Ich weiß es doch, Chat. Ich weiß, dass ihr alle wisst, wer das ist. Und ihr denkt euch jetzt so, Kutschaloi und da ihm geb ich meinen Zap. Was ne Scheiße. Mit seinen Digimon Takes, seinen Doodle Takes und allen anderen Takes hat er so recht, aber das ist ja echt peinlich. Ja, das ist euer Gedankengang gerade. So, das ist auf jeden Fall in Frankreich. Vor dem berühmten Museum. Und das heißt, wie? Was soll das ist, hab ich gar keinen Plan. Oh, 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 oh. Oder? Louvre. Jawollek. So, das muss irgendein Land sein. Ich geb einfach Litauen. Lettland. Libyen. Gibt man das so? Libyen? Libyen? Legoland. Was ist das? Ich reile nicht mal auf, wo das auf der Karte gerade ist. Scheiße, Mann. Ist das ein Bundesstand in Alaska? Ist das ein Bundesstand in Amerika? Niemals, ne? Was ist das für eine Karte, though? Vielleicht doch. Was bist du? Liberia? Was ist das? Laos. Nein. Fick dich. Lesbos. Was ist das? Los Angeles? Lift? Boah, die viel krieg ich nicht hin, denk ich. Da bin ich stuck. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Aber was zum Fick soll das hier sein? Und das hier so? Was ist das? Das ist eh vorbei, ne? Leute, es ist Lenin. Verarscht du mich jetzt? Es ist Longhorn. Ist das euer Ernst? Ist das denn euer Ernst? Ja, Lenin hätte man drauf kommen können. Ich weiß halt nicht, wie Lenin aussieht. Aber hätte man probieren können. Oh, es ist Louisiana. Naja. Oh, Lenin. Ja gut, den muss man nicht kennen, oder? Longhorn? Okay, komm. Chat, Lenin ist peinlich. Sonst ist okay. Seid ehrlich. Ja, ja. Schau mir. Läupe. Nie gehört. Louisiana, klar. Longhorn. Ja, also Läupe und Longhorn hätte ich niemals erraten. Und Louisiana hätte ich drauf kommen können. Aber dafür bin ich auch. Also das hier ist so ein Ding. Klar kenne ich das. Bin ich nicht drauf gekommen, wenn ich noch 20 Minuten habe vielleicht. Aber so. Was ist Läupe? Genau, was ist Läupe? Habe ich keine Ahnung. Läupe sind Spuren beim Langlauf. Ja gut, ich war noch nie schief. Ja, ich habe nur 12. Mach du, Lesk? Ja, ich habe 13. Ja, ich auch. Scheiße, ich wusste nicht, wer Läupe, also Lenin habe ich nicht erkannt. Ja, ich auch nicht. Der auch nicht so aussieht. Also was, letzte Quiz. Philipp, ausnahmsweise bin ich mal der schlauste Mensch der Welt der Woche. Ja, ist okay, das gönne ich dir. Aber ich will auch, Brücki hat sich, der war sehr nah dran. Diesmal. Ja, du warst sehr nah. Die liegen dem Brückmann. Ja. Ja, ich glaube, wir hatten diesmal eine bessere Balance. Gab auch die hat wieder Dinge, die ich quitten wollte. Das Nintendo Gate, das müssen wir schon wieder nicht thematisieren. Ja, raus einfach mal nächstes Mal. Aber wir haben jetzt, ich glaube, wir machen halt mehr, wenn wir auch ein bisschen Politik und Geschichte mit abdecken. Das stimmt, ja. Schon fair. Ich habe auch das Gefühl, dass man echt so auf Zeit so ein bisschen dazulernt. So das Gefühl, dass manche Sachen, die ich vorher nicht gewusst hätte, dass ich die mittlerweile so halt ein bisschen einfacher kriege. So vor allem bei so Städten Deutschlands und so einem Kram, wo ich halt oft nicht irgendwie traue nachsehe. Probably, ja. Danke fürs Mitspielen, Leute. Ich bin der Schlauste. Super. Hey, juhu. Hey, hey. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut, tschüss. beingsentarim Ganzem und so ein bisschen Salzjaus. Tschüss. H camper, tschüss. Oke, ich bin der Schlauste,